Ich mach mal trotzdem meine Kamera an, damit ihr mich auch trotzdem sehen könnt, auch wenn heute der Stream leider irgendwie doch ausfallen muss. So wie ihr seht, Spiel geht, wenn ich nicht streame. Ich wollte heute eigentlich streamen, heute ist Montag, heute ist Taxi-Besprechung und es geht gar nicht. Immer wenn ich reingehe ins Spiel, kackt das Spiel ab. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich bin daran echt gerade verzweifelt. Ich werde nochmal versuchen, mit dem Support zu quatschen, woran das liegen kann. Aber ja, solange das nicht läuft, kann ich irgendwie nicht streamen. Das tut mir echt mega leid für euch. Mega dicke, fette Story. Ich hoffe, bis Freitag ist alles da. Punktcheck. Punktcheck, bestanden. Tut mir leid, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich bin sofort auf dem Weg zum Taxi. Zeit hast du ja noch. Ach, der Taxi ist gerade hier losgefahren. Scheiße, es regnet ja. Jetzt erst gemerkt. Ich bin gerade erst aus dem Haus gekommen. Taxi-Abholung, Dinky. Hi Schatz. Du kommst, du kommst ja wie gerufen. Du meinst ja. Wir haben gerade jemand gesagt, dass du da aufgestanden bist. Ja, ich habe gerade... Ich habe Anschlag auf dich vor. Ja, ich habe gerade durchgefunkt. Äh, du hast einen Anschlag auf mich vor? Ist? Ja. Nein, Faye. Oha. Ich weiß auch nicht. Ich habe dir da was mitgebracht. Ich habe dir da was mitgebracht. So, danke, Schatzi. Hallo, 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 hallo. Ich komme direkt mit. Ja, warte. Oh. Oh. Huh. Der hat das Wetter bestellt. Ist zu. Okay. Hab das kalt mit. Ist zu. Ja, oh mein Gott. Schnell. Gott sei Dank sieht uns Pablo hier drin nicht. Warte, warte. Ja. Dankeschön. Oh mein Gott. Warte, ich ziehe mal noch ab. Ja, 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 ja. Bitte. Oh mein Gott. Das ist wunderschön. Es ist wunderschön. Oh, Faye. Ich weiß, aber. Es ist grün. Und grün ist Hoffnung. Genau. Oh mein Gott. Du, aber die City, die City hat nämlich auch gesagt, sie organisieren eins für mich. Ein Kleid. Aber ich, aber ich, aber ich, aber ich habe fast schon gesagt, so, ey, das nehme ich. Ja, sonst lässt du doch erst mal bei dir im Spind und wenn du es nicht brauchst, ist es okay. Wenn du es brauchst, dann nimmst du das. Oh, danke dir. Dankeschön. Oh, Faye. Oh mein Gott, das wird so schön. Ich, ich, ich umarme dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Leute. Ich wünsch dir, ihr hättet das jetzt im Stream gesehen, aber das ist echt ein Traum in weiß. Ein Traum in weiß. So süß sein soll. Oh Gott. Oh Gott. Also das ist mal gut. Du hattest gerade umarmt und hattest das nicht so an. Ich hab gerade sie... Bella, dein Sohn, heult. Hi. Hallo. Weil du seine Frau nackt gesehen hast. Weil ich sie umarmt hab. Was ist... Pablo, was ist daran so schlimm, dass Faye deine Frau umarmt? Die war halt nackt. Ja, und du siehst mich doch täglich nackt. Du machst das ganz nackt. Du siehst mich doch täglich nackt, Schatz. Geh ich voll aus. Kein Sex vor der Ehe. Ja. Dann wirst du es noch machen. Was willst denn du? Sag mal, willst du mich verarschen? Kein Sex vor der Ehe? Und zwar dein Leben lang. Dein Leben lang. So. Im positiven wie im negativen meine ich das. Wie oft hab ich dich schon nackt und arm, Schatz? Kannst du erst mal tun. Ganz ehrlich. Das klingt so positiv. Wow. Ich glaube, wie sie ins Auto einstgegen ist, hat sie so ein Feust. Es regnet, sie ist feucht. Ja. Ja, Arschklapp. Ich bin dann mal weg. Arschklapp, ich bin noch gar nicht mit deiner Schwester. Oh nein, nicht das schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Nicht das schon wieder. Ging noch nicht um mich. Das hat überhaupt nichts mit Askeld zu tun. Ich glaube, die Frau ist sprachlos. Mikrofon ackert. Ja. Bin gerade. Ich habe gerade. Ich habe. Ja. Meine Güte. Das muss doch nicht sprachlos sein. Doch. 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 Schon. Irgendwie. Ich bin K.O. Für heute. Du hast durchgeackert, ne? Habe ich gesehen? Er hat richtig durchgeackert heute. Nachdem Pablo Pause gesagt hat, ey, jetzt erst mal aus der Dienst. Ja. Ein Kunden gab. Jedes Mal, alle 10 Minuten kamen Anruf rein. Habe es doch gar nicht getan. Wie viel aufzulügen. Ja, du doch nicht. Also, ich bin nur gefahren. Ich kann mich mal dazu noch nicht mal eine Minute Pause zu machen. Ja, das ist doch dein Problem. Du musst die Leitstelle ablegen. Oh, Misaki. Beschwerst du dich gerade, dass du als Taxifahrer Taxifahrten machen musstest? Nö. Ich freue mich, weil ich liebe Autofahren. Also. Hallo, Kiel. Aber vor allem, wenn dann Anrufe sind, die sagen nichts, fliegen dann wieder auf. Ja, das ist dann immer das beschissenste. Ja, das stimmt. Ja, man kam zwei Telefonszellen, da hat er einen angerufen und gesagt, ja, das war aus Versehen. Kann ich die abbrechen? Ja, das ist wenigstens aber auch ein Anruf, der sich wenigstens gelohnt hat. Ja, das war von der einen, der sich entschuldigt hat, der auch gesagt hat, dass von den Kollegen von ihm, die haben das aus Versehen gemacht gehabt, weil die das nicht wussten. Und ja, der hat gesagt, kann die dann abbrechen. Das war aus Versehen. Nö, das ist doch, naja, das ist doch okay. Macht auch nicht jeder. Ja, ich sage, ich habe heute gesehen, wie einer von den Sons komplett von Tschetschenen umgefahren wurde und über die ganze Kreuzung geflogen ist. Ja. Wir standen hier, wir waren gerade um auf dem Dach und wurde voll weggepillt, ist erstmal über die Kreuzung geflogen hier. Alter. Wir sind dann erstmal hingerannt. Alter Schwede. Wir sind ein bisschen weitergefahren. Hat er überlebt? Nee, der ist schwingend wie in der eine. Hat er überlebt? Wir haben mit Krankenwagen, ich habe ihn stabilisiert und der hatte irgendwie jetzt was noch mit der Wirbelsäule, aber keine Ahnung. Also hat er überlebt? Ja. Kann man mal einer bei den Tschetschenen anrufen und sagen, dass sie den Job nicht richtig gemacht haben? Soll ich? Wenn ich jetzt genau gucke, ne, also die Kälbchen mit grünen Haaren, so, ich sehe schon ein bisschen die Tschetschenenfarben, ne? Ja, das ist ein getarnte Tschetschenen. Ich wusste das doch. Na toll. Ich rufe die mal. Aber Misaki, wir hätten heute mal noch unsere Hoodies anziehen müssen. Ehrlich. Was soll das denn? Ja, ich habe mit, ich habe mit. Ah, ich habe ihn nicht mit. Ach, verdammt. Oha. Schnee. Irgendwo. Jetzt hat der Hundepolizist uns vorhin durchsucht, jetzt kann ich keine Waffen mehr rausholen. Na toll. Warte. Jetzt geht's wieder. Der ist für dich und der andere ist für deinen Mann. Oh mein Gott. Ohohoho. Wollt ihr erstmal nur ihr rein, oder? Äh, ja. Tschüss. Können Sie direkt den Vertrag fertig machen, was hier angestellt? Er hat jeder zugemacht, ne? Ja, hat er. Ey, gibt's nicht. So, ich mach zu. Ich hab jetzt noch nicht gedacht. Guck mal, da steckt Bella gleich auf den Tisch. Aber wo war's von? Bist du so aufgeregt? Äh, habt ihr mein Protokoll gesehen? Äh. Warte. Ich guck's mir gleich an. Wenn ich jetzt Ja sage, würde ich lügen. Okay, dann lüg mich bitte nicht an. Okay. Ich habe... Warte, ich guck. Ja? Ja? Ja, ich... Ja, ich... Also das erste hatte ich noch gelesen. Zu Hause. Und, äh, ja. Für Förderung gehe ich mit. So. Und ich würde dazu sagen, dass wir ab nächster Woche dann wieder neue einstellen. Weil wir brauchen Leute. Ja, ab morgen dann quasi, ne? Genau. Wo haben wir denn unseren Fl... Ah, ah ja. Jetzt tun wir den mal direkt wieder rein, ne? Ah, da ist er doch. Ah, da ist er doch. Eine unbekannte Nummer. 5-7-0 am Ende muss ich machen. Hm, okay. Ja, ist ja kein Event. Obwohl, es ist immer ein Event beim Taxi. Natürlich ist es ein Event. Du hast die Ehre hier eingeladen zu werden. Mhm. Ja, das war mal. Ja, ich bin dran. Okay. Ja. Ich bin dran. Ja. Ja, ich bin dran. So, aber habt ihr noch irgendwelche Themen? Ich habe Washington übrigens geschrieben gehabt, dass man Mojo bei uns entformt. Ja, das hat sie ja reingeschickt oder hat sie Weil, hat ja keinen Sinn wenn er jetzt schon wieder nicht da ist. Ah, ja, 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 hab ich schon Ja, ich bin da gerade am überfliegen Ich hatte eigentlich auch Ich bin auf die Fresse Oh Mann, ey, ich hab dich vermisst, Ars Dachte ich mir Ich habe aber auch schon überlegt einen Brief zu schreiben dass Mojo gekündigt wird Das hat keinen Sinn Er kam ja an, wollte wieder eingestellt werden, haben wir gemacht, in der Hoffnung dass er dann öfter kommt Und das war der einzige Tag, seitdem er seitdem er hier gewesen ist Und das ist jetzt ja auch schon wieder ja, zwei Wochen Ja Ja, schon mehr, länger Zwei Wochen und dann kam er noch nicht mal zur nächsten Besprechung Mhm So traurig das auch ist, es funktioniert dann so nicht Ähm, Elba, du hattest noch Themen gehabt Oder? Hat Nee, ich Moment Jack hat mir einen Brief hier hinterlassen Edit Ja, er hat Er hat dir liebe Grüße ausgerichtet Der ist jetzt im Lager Da steht auch Frau Dr. Bella Donner Lieblingschefin Ah Der ist da, der ist da, richtig Ähm, dann waren noch Dass die Taser-Zertifikate da sind Okay Die liegen auch im Lager drinnen Habe ich aber alles ins schwarze Brett geschrieben Und einige haben sich die schon rausgenommen Also zumindest die, die halt da waren Im Lager? Ja Und alle haben Lagerzugriff Also sie können sich alle ihr Zertifikat ja quasi selber rausholen Ach, das Zertifikat Die Taser hast du noch nicht ausgehändigt? Nein Nur die Zertifikate habe ich aus dem Briefkasten geholt Und ins Lager gelegt Die müssen wir nämlich dann irgendwie Genau In der Verwaltungsakte dokumentieren Mhm Ich wollte gerade sagen Machen wir einfach einen neuen Reiter mit T für Taser Und dann Haken rein Habe ich schon alles gemacht Also Taser-Schulung im Prinzip Taser-Schulung als Haken, ja Aber wer einen Taser hat Da schreiben wir ja dann nur noch das Datum rein Wann er den erhalten hat Oder? Und Falsch, ich sehe so richtiger Ich kleiner So Da haben wir einmal die Taser-Schulung Und Taser erhalten am Da tragen wir das Datum ein Und den müssen wir dann zurückverlangen Wenn wir die kündigen Mhm Oder sie packen sie in den Spind rein Und eher dürfte man die dann nicht aus der Dingens entfernen Aus der Verwaltungsakte Genau Weil sonst kommen wir da durcheinander und haben keinen Überblick mehr Und wenn die uns das nicht wiedergeben Jetzt wie wir Mojo durch Washington entfernen lassen aus unserer Liste Mhm Dann müssen wir dann der Polizei Bescheid sagen Wäre es dann nicht sogar möglich, dass Das klingt jetzt blöd, aber dass ob wir die, die wir kündigen Vorher nochmal durchsuchen, ob sie dann auch wirklich den Taser nicht mehr an sich haben Die müssen uns den aussendigen Genau Also dass wir dann auf dieser Vertrauensbasis gehen Weil die kriegen ja nur einen Ja Das hat nichts mit Vertrauen zu tun Wir legen den aus, wir tragen in der Verwaltungsakte ein, wann sie den bekommen haben Mhm Sollten die einen zweiten bekommen haben, müssen wir auf jeden Fall eventuell im Reiter Abmahnungen Oder irgendwie wo das reinschreiben Aber du kannst ja keinen zweiten Taser bei dir haben, Bella Das war doch letzte Woche schon der Fall Ja Auch Aber wenn die den verlieren, wenn die den verkaufen zum Beispiel Ah ja, stimmt Dann sagen die, oh, ich hab den verloren Mhm Das müssen wir dann der Polizei auf jeden Fall melden Das stimmt Mhm Ähm Dieses Taser erhalten am Äh Sollte man das nicht vielleicht wegmachen und bei Bemerkungen Dann Bemerkungen wegmachen und da Taser erhalten am Damit man das Datum auch Oder man macht den Reiter größer Weil ich finde den relativ klein tatsächlich Das reicht doch so Zum Beispiel Ach du Scheiße Ich hätte Brille aufsetzen für Ja also Du wirst ja jetzt nicht am Sagen Keine Ahnung Du bekommst den 2035 Nein, darum geht's ja nicht Es reicht ja, wenn man das Dann brauchst du Okay, Bella hat ihren Bella hat ihren Taser am Weihnachten gekriegt Nein, das ist klar Als Geschenk Mit Schleiche drum Schenke Wuppwupp Nee, aber das wär jetzt So wie ich mir das gedacht hab Wer die Schulung hat Mhm Und wer den Taser erhalten hat Mhm So können wir auch festhalten Wenn einer irgendwie alle zwei Wochen den Taser verliert Ja Genau, da können wir in die Verwaltungsakte dann reingucken Deswegen wollte ich das mit dem Datum festhalten Mhm Ja das ist auch Das ist glaube ich auch besser Ansonsten verlieren wir irgendwann den Überblick Weil wir dürfen uns nicht angreifbar machen bei der Polizei noch sonst irgendwo Deswegen müssen wir dann jeden Jede Ganz Ja Äh Wenn jemand seinen Taser das zweite Mal verloren hat, kriegt er keinen neuen mehr, Punkt Ähm Ne Doch, das muss dann noch bestraft werden Das muss ich noch in die, äh, Dienstverschriften machen Ja, das Hab ich vergessen Natürlich Aber Ganz ehrlich Wer sein Taser ein zweites Mal verliert, kriegt keinen neuen Achso, ja, ja Beim zweiten Mal, ja klar Ja, ja Genau Kann ja passieren, ne Aber wenn wir so einen Tenny wiederbekommen So ein FZFO, weißt du Falscher Zeit, falscher Ort Ach das, dafür steht das Ja, genau Kale, waren deine Finger länger Hast du 300 Dollar mehr Kale, hast du lange Finger Okay Hä? Ähm Okay Gut Aber dann können wir die Taser ja heute an die, die da sind Und Aushändigen Ja Oder die, die möchten Genau, die, die da sind und die, die möchten Genau Weil ich glaube, Jenny möchte nicht Ja, Jenny ist aber auch nicht da Ja gut Das ist auch wieder wahr Fähl mir Hm? Wir haben jetzt mal in das Protokoll 25k eingetragen Wir wollten ja eigentlich die 20k auszahlen Ja Ich überlege gerade, ob wir das nicht auf 50k erhöhen Oha Weil die letzten zwei Monate Ja Weil die letzten zwei Monate waren phänomenal Ja Da gebe ich dir recht, ja Und wir haben jetzt einen starken Einbruch wieder vom Personal bekommen, damit die nicht irgendwie demotiviert sind Ja Mhm Und die letzten Tage waren echt fleißig Was ist mit letzter Woche? Ja, 31, okay Ja, aber die letzten zwei Tage waren echt phänomenal wieder gewesen Ja, ich sehe es 15.000 und 8.000 Mhm Mensch Außerdem Außerdem Am 29. war ja die Hölle los Ja Das Da gab es Sachen, die Wo ich mich lieber um meinen Mann habe gekümmert Also kümmern wollen Als im Taxi zu arbeiten Gibt es was Neues vom MD? Ja Ja Ich hatte eine Untersuchung Wieso ist eigentlich echt so viel am 31. zusammengekommen? Gestern Äh, viele hatten halt keine Süßigkeiten Und sie haben lieber bezahlt, haben sie gesagt Aber 15.000, weil die keine Süßigkeiten mithalten? Ja, hier sind volles Haus Krass, okay Ja So, aber was haltet ihr von der Idee mit den 50.000? Bin ich dabei Würde ich sagen, ja Machen wir Ja Klar Ganz ehrlich, wir haben das Geld Ganz ehrlich, interessiert mich sowieso nicht Ja, nein, aber City hatte ja überwiesen Ja, also schon wieder Ja, ja, ich habe schon Ich habe viel diese Woche gemacht Viel Verwaltungstechnische Alles tut mir leid Alles gut Dann mach mal 55 Dann machen wir trotzdem 5000 für Für die Woche Für die Wochenprämie Weil Weil ganz ehrlich Aktiv Aktiv waren ja tatsächlich wirklich nur Ne, wenn ich das so mitgekriegt habe Gerade Misaki und Misaki, Pablo Ja, und ich Und dafür 31.000 Bin ich voll in Ordnung Ja 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 Ja, ich war's Achso Und Jenny Jenny war auch Und sie war auch Also Die will So, ne Auch wenn sie nicht viel da war Jenny gehört zum Inventar Das zählt nicht Pablo gehört auch schon längst zum Inventar Der ist auch schon zwei Monate bei uns Also ich würde die 57.500 überweisen So, dass 50.000 noch ankommen Mhm Wegen der Steuer Ja Genau Sonst muss ich wieder umrechnen Mimimi Mach du das doch Na Ach, au So spät ist schon Ach ja, der Zahnarzt schon wieder, ne Ne gut, habt ihr sonst noch irgendwelche Themen? Und der Selam hat sich sehr, sehr Ja, stimmt Oh, das war eine Aktion Ich sag dir, Bella Er kam den Tag danach Dann hat er angerufen Ich hatte ja so ein komisches Gefühl bei ihm Hat mir nochmal gesagt Geh mal lieber nochmal zum DOJ Lass dir ein Führungszeugnis geben Er kommt dann Und sagt, ja Er hat hier einen Akteneintrag Von vor acht Tagen Körperverletzung Ich sag, oh Das ist aber schlecht Sie haben hier direkten Kontakt zu Kunden Da können wir sie nicht einstellen Bok, bok, bok Das ist hier totale Scheiße Und diese Kugelschreiberfrage Ist sowieso total kacke Und all so Sachen Ich sag, okay Alles klar Dann können sie gehen Wow Ja Der ist richtig ausfallend geworden Und es waren mehrere S-Dealer dabei Und die haben das mitgehört Okay, also Es war sein zweiter Versuch Wir waren nett Wir waren echt nett Und Nein Okay Ich hab ihn auch noch gleich Auf die rote Liste mit draufgeschrieben Weil so beleidigen muss Sich keiner von uns Okay Ich bin noch Ich bin richtig ruhig geblieben An dem Moment Ich hab nur gesagt Das hat was mit Kreativität zu tun Das hat nichts mit Kreativität zu tun Das ist totale Scheiße Naja Muss er wissen Aber Ilva, du warst ja auch noch zu Gegend Hier Hast du sonst noch irgendwelche Themen? Jetzt muss ich überlegen Ja Ja Eins noch Tino hatte am Mittwoch gekündigt Oder Donnerstag Irgendwie so In dem Dreh Ich hab ihn drum gebeten Dass er Das Geld noch überweist Was er dem Taxi schuldet Ich hab ihm Also ich hab ihm das Im Beisein von Lena Morbach gesagt Diese blauhaarige Diese Oh ja Hat er nicht gemacht Ich hab ihn am nächsten Tag Nochmal drauf hingewiesen Überweise es bitte Mit SMS Wie viel war denn das? 2.510 Dollar Und Dann am Gestern Denn dann muss es Donnerstag gewesen sein Dass ich ihn gekündigt hab Gestern Erfahre ich von Pablo Ja Der wurde abgeschoben Wegen Aufgrund von falschen Papieren Oh Okay Mhm Und er Und überwiesen hat er nicht mehr Ja gut Dann kannst du da auch nichts mehr machen Nein Also wenn er abgeschoben wurde Ja mein Gott 2.500 Scheiß mal auf die 2.500 Ja ich guck gleich mal auf mein Konto Eventuell Überweis ich das dann Ja Obwohl Eigentlich können wir da echt drauf scheißen Ach Ein Peanuts Der kann damit sowieso nichts mehr anfangen Nö nö Also Pablo meinte auch Er wäre dann Er wäre noch in den Flieger Gebracht worden Also eskortiert So richtig Und Ja Das Flugzeug ist anscheinend Sogar noch abgestürzt Oh Mhm Also So richtig Richtig heftiger Abgang Würde ich mal sagen Ja Er ist abgeschoben Punkt Genau So dann können die anderen aber jetzt eigentlich reinkommen Oder gibt es noch irgendwelche Themen fürs Protokoll Äh Mh nö 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 ist nö Also weder Themen noch können die reinkommen Askel sagt Ich bin aus dem Krankenhaus wieder nackt Was? Dann wird sich Krankenhaus weitgeschlagen Also wenn der nächste Tag hat, der hätte gerne zur Besprechung mit dazu kommen Arbeitslosen Schmutz nehmen wir mit auf Arbeitslosen Schmutz nehmen wir mit auf Das wäre Jenny auch dabei Pablo 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 machst den Ask Hallo Sehr schön Pablo Ey das hat weh getan Deine Frau Er wollte hier unten oder soll man nach oben gehen? Deine Frau heißt jetzt nicht mehr Deine Frau heißt nicht mehr Faye Wer ist dafür, dass wir zu Jenny gehen? Deine Frau Ich glaube da haben wir mehr Platz Ah nein Da riecht das immer so komisch Ja Wow Ja echt mal Deine Frau heißt nicht mehr Faye Das ist jetzt Frau Eisenfaust Da hat mir eine ins Knick gegeben Ich bin umgefallen Aber wie geht der Frau Der war im Weckkriege weggetreten Und ich habe ihn dann in den Krankenhaus getragen Das ist doch Frau Eisenfaust Ah bei Jenny stinkt das Der letzte mal die Tür zu Kann mal einer von euch die Tür zu machen? Ich habe hier gerade jemanden auf dem Arm Hey Lass mich aber mal hoch schießen Ja mach auf hier Mach auf das Brett Rein da Komm sie rein, können sie auch schauen Boah, also du bist auch so ein Duftkerzen-Fanatiker, ja? Oh ja Und Lava-Lampe Ja, wollte gerade sagen Super, die hat da japanischen Tee Was? Und du hast ja mit japanischen Tee Ich würde eher sagen, dass das ihre Schlaftabletten sind Ach so Komm rein, ganz raus Die Hinterpforte funktioniert nicht Ja, nee, die funktioniert bei mir auch nicht, die Hinterpforte Du wolltest jetzt echt diesen kurzen Weg mit Dings Ja Oh wow Auf das die Bude voll werde Wo bleiben die jetzt? Komm sie rein, ganz raus Oh, ich bin mit Catch-o Oh, ich hoffe, was ist jetzt Du Fresser Hallo Hallo Du bist nicht bei der Dienstbesprechung Pablo Pablo Pablo, hör damit auf Oder willst du Askil jetzt den Schock seines Lebens schaffen? Ich bin weg Wie an den Kamin So Genau Auf jeden Fall ist es schön trocken und ist es warm Ja Ja Man kann hier brüllen Wuhu Du Arzne Komm her Nur mit deiner Assi-Hose Was macht mein Mann und was machen zwei Pablos da? Die Pablos machen Sachen. Die machen echt Sachen. Machen Sachen, Sachen, Sachen. Ja, aber echt. Auf dem Sofa könnten eigentlich drei Leute sitzen. Wir haben nichts getan. Die Askiels machen sich da frei. Die Askiels, ja. Die Kiels. Ja genau, schieb's einfach ein bisschen zusammen. Jetzt passen sogar vier drauf. Wir haben Angst vor Frau Eisenfaust. Auch in die Pflanze. Ich will nicht in der Pflanze sitzen. Wollen wir es auf meinen Schoß setzen, oder wie? Kiel. Die du. Meine Kacke. Also wir hätten auch zu uns gehen können. Wir haben eine größere Kauze. Wie soll ich gerade sitzen? Hätten wir weiter laufen müssen. Ja, stimmt auch wieder. Im Regen. Es hätte dich gerne getragen, Mama. Wäre gar kein Problem gewesen. Es hätte trotzdem geregnet. Ja, deine Schwiegertochter hätte bestimmt den Regensherrn getragen. Ja. Ja, ich habe gar nicht so viele Themen. Monatsprämie wird ausbezahlt. Wie viel werdet ihr dann später sehen? Überraschung. Wir machen ab morgen dann wieder Einstellungen. Weil wir ja jetzt wieder so massenhaft viele sind. Okay, wo muss ich es missbewerben? Wo wer? Wo die drei Leute hier hin sind. Donnie, Werner und so. Äh, gekündigt. Werner und Riley haben am Montag gekündigt. Tino wurde aus, äh, wurde abgeschoben. Sagen wir es, das ist, ja. Der wurde abgeschoben? Okay, das muss man auch erst verschaffen. Das war ein illegal Einwander, Russländer und illegal hier. Ja. Illegal Einwanderer, ja. Hast du vielleicht eine Papiere gehabt? Ich habe keine Ahnung. Wo ist die Mauer, die ja geklettert ist? Tja. Frag das nicht mich. Ey. So, ähm, habt ihr noch irgendwelche Themen, weil sonst, ähm, nö, habe ich nichts. Außer noch Beförderung, aber die mache ich ja mal zum Schluss. Ich wollte, äh, also ich wollte das Fassig jetzt gar nicht machen, aber der Ausbilder hat mir nicht geantwortet. Äh. Penny, meinst du? Mhm. Wann hast du ihm denn geschrieben? Moment. Äh. Ach, scheiße, es steht draus von letztem Mal da. Irgendwann, ich habe Donnerstag oder mit. Und heute noch. Ja, heute ist es ein bisschen knapp, aber geantwortet hat er dir gar nicht. Ähm, Pablo, kennst du die Strecke fürs Fahrsicherheitstraining? Ja. Würdest du die mit Kiel, äh, dann die nächsten Tage mal übernehmen? Kann ich machen. Ja. Ja. Äh, haben die Chefs irgendwas dagegen, wenn wir Kiel dann auch noch, äh, befördern? So, jetzt höre ich wieder was. Oh ja, der hatte gerade was. Also wenn er das heute noch schafft, Jörg. Nee, muss nicht heute sein, aber das machen wir heute noch. Also innerhalb der nächsten, also innerhalb der nächsten Woche, ja. Dann, ja. Wenn mir Tenny antwortet, ja. Was, Kiel? Nee, das ist das, äh, Pablo für dich. Was? 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 Hast du was dagegen? Askel ist, glaube ich, auch gerade. Der ist so leise, ich höre meinen Mann nicht. Ich kann ihn auch nicht. Ja, aber trotzdem, kannst du dagegen sein oder dafür? Ja, da bin ich mal außer, äh, aus Prinzip bin ich mal dagegen. Wow. Okay. Hätte irgendjemand was dagegen? Nö. Okay. Ähm, Pablo macht mit dir die, das Fahrsicherheitstraining, die Ausbildung? Fahrsicherheitstraining? Mati. Die dir noch fehlt? Der, welcher noch Arbeit besitzt. Gibt's bestimmt nicht. Nicht der Dekorative, sondern der Mitarbeiter. Okay. Spricht uns, dass die mir auf dem Boden sind. Aber der kann doch selber nicht fahren, soviel der beim ACS ist. Oh. Boah. Au. Okay, also man kann sich auch anders Freunde machen. Pablo, hast du gehört, was er gesagt hat? Aber eigentlich weiß er genau, wie es nicht geht. Das stimmt. Hast du gehört, was er gesagt hat? Also ich würde mich jetzt gegen die Förderung stellen. Also ich würde, Kiel, ich würde das mal von der Sichtweite sehen. Du zeigst Pablo, wie es nicht, also wie es geht. Was er verkehrt macht. Ah, ich zeige ihm, was er verkehrt macht. Okay, also ich bilde ihn aus. Okay, check. Also Kiel, ne, denk dran. Ich bin ja derjenige, der dann Bella das Feedback gibt, ob bestanden oder nicht. Beziehungsweise Asker oder mir. Das muss er einfach nur im Gegenteil machen. Also rückwärts fahren oder was? Ja. Rückwärts fahren die Sicherheit. Oh, aber da sehe ich den Raiden, ja. Auf dem Highway. Da fahre ich. Und dann auf einmal kommt ein PD-Wagen, macht Serena, ja, warum fahren sie dann rückwärts? Ja, weil mein Rundrading. Geht genauso schnell. Nein, das ist nicht verboten. Nein. Ihr müsst dann sagen, warum fahren sie rückwärts? Ja, weil mein Frontlicht kaputt ist. Ja. Ja. Okay, der ist gut. Der muss ich mir merken. Ich versuche, wenn wir ihn bringen. Macht es aber nicht auf dem Freeway in der City, sondern wirklich oben Paleto. Weil ich glaube, die Sheriffs haben da wesentlich mehr Humor. Ach, ich bin heute Mittag rückwärts, äh, auf dem Highway rückwärts auf der Strecke gefahren. Weil mitten, mitten bei der Fahrt, der Kunde hat seine Meinung gesagt, ja komm, wir springen mal aus dem Taxi raus. Und dann ruft er an. Er hat den Tony gemacht. Ja, können Sie mal zurückfahren? Ich war am Blinkkan zurückgefahren. In dem Moment fanden drei Streifenwagen an mir vorbei. Sind noch nicht mal aufgedreht. Ja, Ken ist auch so jemand. Jetzt mach mal die Zentralverriegelung zu. Zehn Sekunden später mal der Fahrer weg. Ja, das ist so ein Spiel. Ja, das geht so. Aber der geht so. Guck, ich hab für Sicherheit gesorgt. Jetzt weiß ich, wie es, ähm, wie mein Limo sich ja armt. Ist das denn auch noch was im Schrank? Was? Bei dem Zeug auf dem Tisch? Musst du mal gucken, so ein paar Dosen hab ich im Schrank, aber das ist alles was. Ja, weil ich, ich brauch nicht gern die Angenugbecken, weißt du? Jenny, warum machst du, ich mach mich mal nachher auf dem Tisch stehen. Das ist Arzneimittel. Was meint ihr, warum ich immer so drauf bin, wie ich drauf bin? Ah, so. Das war die falsche Antwort. Das war die falsche Antwort. Ich hätte gesagt, das ist Medizin, die braucht sie, dass sie überhaupt so doof sein kann. Ich hab gedacht, das hätte jetzt irgendwie was mit den Kristallen da zu tun, aber okay. Und im Schlafzimmer hab ich ein Bild von einem Schmetterling. Und ganz andere Kristalle hat die da auch noch. Aha, woher warst denn du da so das denn wissen? Ich war hier schon überall. Du warst, stimmt, stimmt, Pablo war aber wirklich schon hier drin. Das ist wahr. Hier drin ist was anderes als überall. Ist man auch schon hier drin? Ich war hier, ich hab hier Sachen gesehen. Ich hab sogar von dem Bett gesehen. Schlimm genug, dass sie überhaupt schon bei Jenny drin war. Oh Mann. Die waren jetzt alle bei mir drin. Aha. Und das noch gleichzeitig. Das erklärt so einiges, weißt du? Nein, das mache ich es nur zu Hause. Du hast zu Hause, du hast zu Hause eine Turnhalle? Was? Zu Hause schmeißt du eine Cabanossi in die Turnhalle? Nee, er schmeißt die Cabanossi in den Wohnraum. Dabei noch passende Musik, ne? Ja. Nein, das, 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 dieses Haus macht es nicht. Das macht nur die Frau. Was? Ich hab aber nichts verraten, ne? Behalt es bitte für euch. Sie hat es nicht mitbekommen. Was? Moment. Ich weiß, die Cabanossi in die Turnhalle. Nein, sie macht Toast. Hab ich es gesagt. Ich mache Shows. Was? Was mache ich? Ich mache Schows. Ich glaube, jetzt mit der Besprechung bitte weitermachen. Warum? Ich finde das nicht mal gerade echt gut. Also, sie macht Toast im Slavzimmer, kann ich euch sagen. Die sind sehr interessant. Psst. 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 Ja, deine Chance jetzt, ne? Jetzt ein 24-7. Ja, die kommen eh nicht. Und wenn sie kommen, legen sie mich einfach um. Weil ich bin ein Zivilist. Bist du kein Chef mehr? Nein. Nein. Warum das nicht? Scheiße, aber. Wenn sie kommen, dann legen sie mich einfach um. Ich bin suspendiert. Das ist schlecht. Nein, das ist gut. Weil da muss keine Googeln fangen. Ja, weil ein von uns ehemaliger Mitarbeiter meinte, ein 31er zu sein. Nein, bitte, 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 Frau Eisenhaus, hör auf damit. Ein Mitarbeiter was meinte? Ein ehemaliger Taxi-Mitarbeiter meinte, ein 31er zu sein. Ah. Hä? Hä? Tino oder was? Nein. Aber drehen wir bitte das O und das N um. Dann weißt du, wer. Oder auch ein Cent nicht. Was? Das O und das N? Das O und das N einfach umtauschen. Bion. Ist halt die. Und ein J. Äh, ein Y machen. Ist halt die Frage, ist halt die Frage, wer weiß hier. Ja. Ja. Das ist halt die Frage, weiß er, ob Tony, dass Tony bei uns gearbeitet hat? Also so häufig wie er rumtrönt, ich war mal Taxi-Fahrer. Wiss du, er kennt mich mal, er kennt mich mal Tony. Ach, der Taxi-Tony. Ja. Na gut, der ist ja ein Ausschuss, wo wusstest du schon? Ja, aber der freut sich, wenn die Gerichtsverhandlung war. Der wird sich richtig freuen. Das wird lustig. Jetzt werde ich unheimlich gerne Tonis Anwalt. Hä, was für eine Gerichtsverhandlung? Glaube ich nicht, dass du gerne sein Anwalt wärst. Oh doch. Ich weiß nicht, wie ich damals auch verhandelt habe, wenn der Klient mir zu doof kam. Herr Staatsanwalt, können Sie da nochmal 20 Hafteinheiten draufsetzen? Oh ja, Bella, mach das. Ja, sie darf ja nicht. Wenn er immer noch widerspricht, ab auf den Scheiterhaufen. Du Scheiterhaufen, da wird nichts mehr übrig bleiben von ihm, wenn das rauskommt. Was rauskommt? Hä? Pablo hat angeblich Hochverrat gemacht. Oder begangen, so. Ja, die Story kenne ich. Genau. Oder Anwalt. Was soll er denn gemacht haben? Er hat Toni verraten, wie viele Hafteinheiten er zu erwarten hat, wenn er gefasst wird. Okay. Ja, danke. Äh, und das ist jetzt warum schlimm? Weil das interne Daten sind, die ihn in dem Moment, wo er noch frei herumläuft, nicht zu interessieren hat, angeblich. Ja, aber man kann doch seine Akten jederzeit einsehen. Man kann doch jederzeit zum PD gehen und sagen, ich würde gerne meine Akten einsehen. Gut, du hast wahrscheinlich eingebuchtet, aber. Er war zur Fahndung ausgeschrieben. Also, spätestens, wenn irgendein Officer ihn gesehen hätte. Wäre er eingetastet worden. Das ist scheißegal. Wenn, ähm, es ist dasselbe Prinzip, wenn du zum MD gehst und sagst, du möchtest wissen, was in deiner Akte drinsteht. Dann müssen sie dir das sagen. Darf ich mit dem Hintergrund wissen? Ganz ehrlich, ist der Hochverrat nicht, dass er ihm die Sachen aus der Akte gesagt hat, sondern, äh, dass er ihn nicht festgenommen hat als Beamter. Ja, es sollen angebliche SMS-Verläufe darüber sein, dass Pablo ihm das gesagt hat oder geschrieben hat. Und damit ist er halt zum DOJ gelaufen und hat das gezeigt. Nur, äh, die SMS-Verläufe bei Pablo sind halt nicht zu sehen. Und schon ist Aussage gegen Aussage. Weil es hätte ja auch irgendeiner ihm das schreiben können. Und nur den Kontakt umändern können. Und auf einmal steht da Hans Wurst, stattdessen Pablo Jackson. So. Ach, ich leite mir auch gerne mal Pablo's Handy und dann schreibe ich auch gerne mal ein paar SMS. So aus. Du siehst ja die Telefonnummern. Ja, aber nehmen wir jetzt mal den Fall an, ähm, Pablo hätte Toni das gesagt und Toni wäre halt mit zwei, drei Leuten vor ihm gestanden und er wäre allein gewesen. Wäre er als Beamter dann verpflichtet, denjenigen festzunehmen, wenn er da mit drei Kumpel steht? Und sich in Lebensgefahr zu begeben? Ohne Kollegen? Man muss halt Verstärkung anfangen. Doch was wäre es gewesen, wenn keine Verstärkung da gewesen wäre? Dann hätte er versuchen können, während er ins Tablet guckt, um in die Akten zu schauen, schnell eine E-Mail zu schreiben. Eine E-Mail? Äh, darüber, ne, ne, aber das, das ist, das ist ja was. Also ganz ehrlich, wenn noch andere dabei gewesen wären, dann dürften die ihn ja... Sorry. Schieb hast dir gleich noch durch die Wand. Äh, hä? Hallo. Oh, ey. Ey, dieser, dieser Zappel-Philipp. Ja. Also ich mag gleich mein Popo gleich warm hier. Hier mit dem, hier mit dem anderen Pablo und dann ist hier Schicht im Schacht. Der ist hier aber zappelnduster. Also, ich sitze nicht. Ich sitze nicht. Ich sitze schon. Ähm, äh, Pablo M., ja, wahnsinnig. Ja. Ja, machen wir weiter. Bist du überzeugt, ne? Auf jeden Fall. Ja. Vor allem dieses Fucking ist absolut überzeugend. Ja, ja. Aski, das musst du dir auch mal durchlesen. Das ist ein phänomenales, äh, anschreiben. Ja. Das können wir zwar nicht zu lange halten. Ähm, also nächste Woche stellen wir wieder ein. Habt ihr sonst noch irgendwelche Themen? Okay. Okay, diese Ruhe ist schön. Es gibt keine Kunden irgendwie. Also gestern Nacht zumindest. Dafür ist der Umsatz aber verdammt hoch gewesen. Ja, das hat Misaki heute geregelt. Also gestern, also um die Nacht von... 15.000? Gestern? Gestern war ich nicht da. Nee, ich meine heute meine ich. Also in die Nacht um 0 bis 9 Uhr einfach mal sieben Gäste. Um 0 bis 9. Hast du hier rabottet? Halleluja. Seit wann machen wir 24-7 Taxi? Die ganze Zeit schon. Seitdem es Pablo gibt. Ja, dann bin ich Pause gegangen. Bis jetzt gerade eben hat Misaki übernommen. Ja, und dann kam ein Anruf nacheinander und ich bin chaot ausgelöst. Ich bin zum Feinsten. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe sogar, glaube ich, einmal... Nee, einmal musste ich sogar schon Taxi zeigen, weil er fast ausgenuckelt war. Ich muss ihn mal gerade ein bisschen auf Seite schieben. Hast du aber auch mit Absicht... Ja. Ja, hast du jetzt. Amasutra? Hallo. Was denn? Entschuldigung, ich habe so gerade gesehen, was du allein... Ach, das will ich aber auch... Das würde ich auch mal sehen. Das würde ich mal sehen. Egal, habe ich noch ein paar Ausgaben. Okay, sehr gut. Ich frage mich, wofür sie was braucht. Was soll das denn jetzt sein? Ich bin doch niemand, mit dem sie was ausprobieren könnte. Sie schreibt doch eigene Bücher. Ach so, stimmt. Pablo war ja schon nackt in ihr. Ja, sorry. Jetzt habt ihr sie zum Fein. Also, Beförderung. Wer macht Akte? Wer macht... Tablet! Ja, ich mache Verwaltungsakte. Tja, du bist einfach zu langsam. Ich lasse dir einfach nur den Vortritt. Keine gute Idee. Weißt du Bescheid, Askel? Also, Misaki. Ja. Von zwei auf drei. Glückwunsch. Danke. Applaus, Applaus, Applaus. Glückwunsch. Ja. Fertig? Ich ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das... Hör mal aufzuzicken, Askel. Jennifer ist schon hier am Alt. Askel von zwei auf drei. Mit Pablo auf Nachschulung. Beziehungsweise überhaupt Schulung. Lass das gleich mal machen, Pablo. Ja, können wir gleich machen. Die Nacktschulung? Die Nacktschulung. Misaki? Aber leg ein Handtuch bitte drunter. Obwohl. Ja, bitte. Ich schreibe ja gerne meinen Nacktenpaum, Leder. Ähm. Darauf trinke ich einen. Sag die Richtige, ne? Als ob du da was drunter hättest. So, dann die dritte Beförderung. Hm? Ja, ja, ja. Wir alle hier. Hey. Denny hat schon so tief ins Gas geschaut. Was? Hallo, du hast es mal längst mal geschafft. Willst du nicht, oder was? Lass dir die von Askel sagen. Wenn du würdest, hättest du jemanden. Aber du machst doch die Werbung. Du machst die Werbung. Dann hat ich ein Angebot, oder was? Weißt du, wie hast du dich deine Werbung hier schon genutzt habe? Okay, ich lacht mich nicht. Ich mach ja auch. Also jetzt gönn dir. Meine Güte. Was? Hä? Fee von sieben auf zwölf. Was? Das geht wohl jetzt weniger. Aber können wir für uns alle... Würde ich tatsächlich auch nicht wirklich. Okay, 13. Gibt's nicht. Habt ihr soweit alles? Ja. Ich war schon fertig, bevor du überhaupt irgendwas ausgesprochen hattest. Wir sind nicht alle solche Streber wie du. Es ist nicht jeder so früh fertig wie du. Soll mir das dann auch direkt machen, oder? Jenny, soll ich dir was sagen? Ja. Ich bin schon seit... Weil was du weg hast oder zu weg? ... anderthalb Jahren verheiratet. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Was ich seit anderthalb Jahren jemanden habe, mit dem ich das Kamasutra testen kann. So ein kurzer Hinweis zu Mojo. Ey, lauscher auf. Den habe ich jetzt mal bei Washington angemarkert, dass sie den bitte von oben her kündigen. Er ist ja nicht gerade noch. Weil er ist ja jetzt schon zum zweiten Mal wieder nicht anwesend. Zu besprechen und ohne Ankündigung. Ja, eben. Den haben wir nie gesehen. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Tut mir total leid, weil er ist eigentlich ein echt guter, aber... Ich bin auch total lieber, aber cool. Vor allem, weil er das letzte Mal gesagt hat, er ist auf jeden Fall jetzt wieder auf das da, aber ich habe den überhaupt gar nicht gesehen gehabt, wenn ich mal da war, ne? Ne, war er auch nicht anscheinend. Wenn ich gesehen habe, war das entweder einer von euch oder Pablo oft. Was machen die da schon wieder? Oh, guck mal wie süß. Pablo tröst Jenny. Pablo und Jenny setzen auf den Baum. K-U-S-S-E-N-Sicht. Jenny, wenn du meinst, schlafen willst, ne? Halt dich nicht zurück. Die voll durch. Ich doch. Äh, äh, Kanada. Was? Was ist das für scheiß Alkohol? Ich bin schon wieder nüchtern. Ja, ansonsten habe ich nix mehr. Oh, oh. Dann würde ich gleich mal zur Bank fahren und, ähm... Geld. Wollt ihr ein bisschen, bisschen was, die 2,50 überweisen oder so. 2,50? Geil. Ich würde dann wieder nach Hause fahren, weil ich muss mich wieder hinlegen. So schlecht geht's dir? Mama. Äh, ja, ja, ja. Pussy! Macht nix. Wie lange hast du Zeit, Kiel? Wie, mach nix. Und dann hat er deine Frau gepflegt. Was? Nein. Nein, Jenny hat gesagt Pussy. Gibt's dir so schlecht oder was? Äh, ja, 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 nee. Ich muss morgen, habe ich eine Telefonkonferenz und so. Jetzt sei doch nicht so... Bin ich ja nicht. Ja, okay. Dann ist okay. Keine Ahnung. Ich würde es halt nur relativ schnell machen wollen. Ich finde es aber gut, dass wir da offen darüber gesprochen haben. Ja. Ich auch. Finde ich auch. Super. Ja, finde ich auch. Wie lange hast du jetzt noch Zeit? Ah, Jenny, du hast doch gar keine Ahnung, worum es geht. Halt die Freise. Ich sag mal, ich habe noch Zeit für die Ausbildung. Ach, wo? Wobei, doch. Klar, es geht ja um dein Liebesleben. Also weißt du ja genau, dass es um nix geht gerade. Oh. 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 Der war tief. Aua. Der kam und keiner war das. Alter Schwede. Ich so heute. Was soll denn das jetzt? Der ist immer so. Das ist nicht so. Ich bin doch kein Schwede. Wäre nicht so, hätte ich mich geheiratet. Ja, ich war in letzter Zeit zu selten da, deswegen musste alles auf einmal raus. Du musst alles nachmobben, ne? Mhm. Nachmobben. Das ist wie bei Jenny. Bei der war in letzter Zeit auch so wenig los, dass er mal alles auf einmal rauskommt. Ah. Und der war nicht so. Gleich gibtgebob responsible. Ja, nee, bis nach Punkt. Sagen? Was? Ich guck mal, dass ich die Nummern rauskriege. Oh, wow. Also, der eine... Ich wegloch. Okay. Und bei dem anderen versuche ich's rauszukriegen. Kann ich's machen? Ja, komm, machen wir. Benni, er ist an einer Hinterpforte. Das kann ich jetzt. Gar nicht, dann wäre bei Jenny ja mehr los, als sie jetzt los ist. Ciao. Ilva, du wolltest zur Bank, ne? Ja, ich komm mit. Ja, ja. Oh, Sani, du kriegst ihn. Nein, ich kenn Jenny Schwachstelle. Er ist crazy, Mann. Hallo, Julia, er ist crazy, Mann. Scheiße, sie hat gelernt wie was nach uns war. Aber ich würde gerne hier zur Bank, zur Flickr runter, weil ich muss mein Flickrkonto auch mal übertragen. Aber klar doch. Achtung, wir fahren hier genau. Ich habe meine Frontschutzscheibe kaputt. Und meine andere Scheibe auch. Äh, deine Seitenscheibe da ist kaputt. Ah. Hinten, hinten links, also Fahrerseite. Und die Frontscheibe auch. Okay. Okay, ja gut, dann ist da ein Riss drin. Und was? Er wird gerade ganz schön nass. Okay. Willst du fahren? Du kannst auch kein fahren. Okay. Ne, ich versuch das heute, spätestens bis morgen rauszukriegen, dann ruf ich dich an und sag wie die Lage ist und ob ich's weiß. Warum? Ja. Weiß ich nicht, das Kerl ist ungünstig gefallen. Okay. Okay. Okay, ich versuch's rauszukriegen. Ähm, Faye, habt ihr vielleicht noch mal irgendwie Rescura-Saft oder sowas? Ich versuch's rauszukriegen und dann sag ich dir Bescheid. Äh, ja. Weil irgendwie ist das ganze Zeug fertig. Okay. 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 Ich sag dir Bescheid spätestens heute oder morgen dann, wie die Agents gewesen haben. Ja, mach ich. Okay, mach ich. Ich sag dir Bescheid, Großer. Mhm. Okay. Ich sag dir Bescheid. Okay. Ich sag dir Bescheid. Okay, bis dann. Ciao, ciao, Großer. Danke. Oha. Was denn? Neue Erkenntnisse? Genau. Ich glaub, die Gerichtsverhandlung ist nicht möglich. Nichtens. Was? Weil Russo das gar nicht weitergegeben hätte, also hätte mir das gar nicht mitteilen dürfen, nach dem Anwalt. Formfehler. Wenn, wenn ich jetzt, äh, dann den, wenn der Anwalt noch die zwei Agents Namen rauskriegt, oder ich, die Nummern von denen, können wir alle drei belangen und der Staatsanwaltschaft wäre nicht, und der Beweis ist nicht. Ich glaub es nicht. So, ich entführe jetzt Misaki und, ähm, hier. Also ich glaub, der Start hat verkackt. Würde ich mal so sagen, ja. Oh mein Gott, ich werd entführt, Hilfe! Hm. So. Oh, äh, sag was ich, wie ich dir helfen. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Okay, ähm, willst du überweisen, oder willst du, äh, die Nummern ansagen? Ja, können Sie mir auch 20.000 überweisen? Ich sag dir gern die Nummern an. Okay. Ich fang bei dir an. Ich fang bei dir an. Markiere sie dir ja irgendwie, äh, gelb oder irgendwie sowas. Ich fang bei dir einfach an. Ich fang einfach von oben nach unten an. Ich weiß ja, wer da war und wer nicht. Okay. Und wer sich abgemeldet hat. Es ist ja eigentlich nur Mojo, den ich auslassen muss. Genau. So, dann haben wir MB. Meine meinst du, ne? Ja. Ich überweise das auf meinen Flieger. Achso. Das ist dann fünf, sieben... Wie viel muss ich überweisen? Äh... Steht unten. Fünf, sieben, fünf, null, null. Fünf, null, null. Oh, Mama, überweist du mir so viel auch? Nein. Mama! Ja, der nächste. FL. FL. Drei, acht. Drei, acht. Sieben, sieben. Sieben, sieben. Sieben, null. Sieben, null. Ja, der nächste. MB. Ja. Sechs, eins. Sechs, eins. Acht, vier. Acht, vier. Eins, null. Eins, null. Pablo, ich würde dir gern so viel überweisen, aber das geht leider nicht. Es kann dir meine Kontonummer geben. Das ist ja vom Staatskonto, das weißt du noch. Fünf, vier, sieben, drei, acht, drei. Ja, ist doch kein Problem. Wir sagen einfach nicht auf deine Kante geklaut und habe es mir selber überwiesen. Ohhhh. Die nächste. Ich hab das erpresst, hab gesagt, gib mir den PIN sofort. FL. Ja. 2,6. Ja. 3,8. Ja. 0,5. Ich sag dir jetzt nicht weiter. Ja. FL. 1,5. 1,5. 8,2. 8,2. 4,2. 4,2. Der nächste, bitte. FL. FL. 7,0. 7,0. 6,5. 6,5. 4,8. 4,8. Kannst du nicht einfach bei irgendjemandem meine Kontrolle fragen? Nein. Nein. So, die nächste. LB. LB, wow. 1,8. 1,8. 7,5. 7,5. 2,0. Das ist Kjell. 3,0. 2. Wo, 0? 2,0, genau. Das ist Kjell. Ja. Ja. Und die letzte, MB. MB. 5,2. 5,2. 5,7. 5,7. 8,2. 8,2. Deswegen wiederhole ich die Zahlen ja jedes Mal. Mhm. Ja. Und das war's dann, ne? Das war's. Müssten jetzt alle gewesen sein. Yay. Yay. Ich bin reich. Okay. Es ist 5,4,7,3,8,3. Oh mein Gott. So viel hatte ich lange nicht mehr. Also, bei mir sind aktuell 160.000 drauf. Braucht ihr Rescora-Säftel? Ähm. Sechs Stück haben wir zu Hause. Ich bin gerade immer noch an der Zentrale. Im Lager haben wir keine mehr. Also, sechs Stück hätte ich zu Hause. Wo ich euch erst mal geben kann. 1,2 Meter. 1,2 Meter. 1,2 Meter. Hat man auch keine Grundstückssteuern, wenn man nicht da ist? Hm. Doch. Eigentlich schon. Doch, doch. Weil jetzt ist nur einmal abgebucht worden von drei Häusern. Hm. Hm. Okay, aber ich lass die 50.000 dabei mal drauf. Okay, ansonsten bin ich fertig. Äh, bitte was? Ja, genau das. Dann sind wir fertig. Äh, ist gerade noch jemand an der Zentrale? Wir sind auf den Weg dorthin. Okay, ja genau. Der David wartet da schon. Der müsste die Pöller einmal aufgemacht bekommen. Ach, der David. Oh, der David. Hoppala. Steig ein. Steig ein. Ja, ich hab zu. Steig ein. Hase, steig ein. Steig ein. Ja, es kann nicht. Schnell, 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 schnell. Zu geschlossenes Auto 1. Steigen, Mann. Jetzt machen wir die Zentralverriegelung zu, okay? Oh, Bella, das hättest du verlieben müssen. Schatz, du musst rausbringen. Nein. Nein. Pablo hatte uns letztens mal in der Elimo rumgefahren. Und ich sag nur so zu ihm, pass auf, ich mach mal jetzt die Zentralverriegelung mal zu. So, zehn Sekunden später fliegt er aus dem Auto raus. Was? Bist du das denn? Er hat gesagt, er hat gesagt, er muss mal testen, ob die Zentralverriegelung ist und hat am Türgriff gezogen. Und er hat sich jetzt rausgeflogen während der Fahrt. Ach, wie blöd. Und wir so schön fahren weiter. Hm, hm. Ich hab, ich konnte nicht mehr. Wir haben uns schön schick angezogen und dachten so, oh, machen wir schon mal Probefahrt für die Hochzeit. Und Pablo fliegt aus dem Auto. Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Hm, hm. Das war wirklich geschüttelt. Hm. Wo ist sein David? Oh, Mann, David ist gegen deinen Chester gefahren. Ja, der muss sowieso rüber werden. Oh, so wie wenn der. Nein, David, das machst du nicht. Ich bleib sitzen, dann kann ich ihn nicht aufladen. So, Excelest. So. Das ist aber nicht David, Mann. Das zeig ich dir vorne, richtig? Das hier in der Ecke. Ja, genau. Und über das andere auch mal drüber gucken. Ich hab gesehen, dass andere keine Scheibe kaputt ist an der Seite. Ja, klar. Komm mal hier mal. So. Oh, wir haben uns angerufen. Das ist so ein Sheetwetter, ey. Ja, ist ein bisschen... Usselig. Ähm, parkt ihr den ein, oder fahrt ihr Freude? Nee, den parken wir ein. Sehr gut. Der ist fleißig. Mhm. Ich weiß nicht, ich hab kein Bargeld. Habt ihr Bargeld? Ja, ja, ich hab welches. Kannst du irgendwie 100 Dollar oder sowas geben? Klaro. Halt! Halt! Raus! Komm mal raus! Aua! Meine Ohren! Warte, komm mal kurz nochmal! Ich komm mal zu mir! Nee, zu mir! Nein, zu mir! Nein, zu mir! Ich bin Taxi! Ich hab nix! Werde ich jetzt geschlagen jetzt? So, bitteschön! Dankeschön! Da, viel Spaß mit dem Drink, ey! Oh, danke, danke! Ja, fleißiges Bienchen halt, ne? Ja, ich wurde heute schon bedroht und fast ausgeraubt. Ja, Oskar! Okay, dann kriegst du jetzt alle Kohle! Mein Tag war heute noch nicht so gut, eigentlich. Aber jetzt immer ein bisschen, ne? Ja, das ist eine gute Motivation. Na, also! Macht ihr mir gleich die Poller nochmal runter? Die müssten noch offen sein. Ja, sehr gut. Ja, natürlich. Guten Abend, guten Abend! Guten Abend, Oskar! Guten Abend, Oskar! Ähm, nee, ich hab gerade mit meinem Anwalt telefoniert, sag ich mal so. Also, wenn wir Glück haben können, wir wegen Fehlern, was die Staatsanwaltschaft gemacht hat, können wir wahrscheinlich von der Gerichtsverhandlung absehen, weil wir dann die Staatsanwaltschaft wegmachen können. und können der Staatsanwaltschaft auch Hochverrat unterstellen. Ja. Mhm. Das hat der Eckmann Schäfer nicht repariert. Ähm... Dann muss er uns das Geld zurückgeben. Ich sag mal, äh, mir könnte dann nix mehr passieren. Ich wäre somit fein raus, weil die Gerichtsverhandlung dann auch nichtens wäre und die ganzen Beweise kaputt sind. Ja, da, da können Sie aber dann nix mehr dagegen machen. Ich sag mal, wenn jetzt dieses Ding so läuft, wie wir gerade denken, ist das Ganze, sind die ganzen Beweismittel, was sie haben, kaputt, weil dann können Sie die vor Gericht nicht mehr verwenden. So haben Sie vor Gericht keine Beweismittel mehr. Und somit können Sie mir auch nix mehr unterstellen. Ähm, ja, da muss, die müssen halt von irgendjemandem die Beweise bekommen haben. Aber, so wie gerade der Anwalt gesagt hat, weil der Staatsanwaltschaft hätte mir niemals erzählen dürfen, wegen was gegen mich ermittelt wurde und mit welchen Beweismitteln, hätte er mir niemals erzählen dürfen. Äh, die Dame hätte Interesse vielleicht, wenn ihr die Aufgabenstellung gefällt, über uns zu arbeiten. Ja, aber er darf mir das nicht erzählen vor Gericht. Ja, super. Wie soll man Taxifahren am besten beschreiben? Ähm, war der Kunde von A nach B? Unterhalte den Kunde? Man bekommt einen, also man bekommt in der Service-Liste einen Auftrag. Der wird dann direkt auf das GPS des Taxis übertragen. Den fährt man dann dorthin, man nimmt den Fahrgast mit, fährt ihn zu seinem Bestimmungsort, rechnet ab und fertig und man fährt wieder zurück. Und wenn er nicht genug Trinkgeld gibt, wird er zusammengeschlagen und ausgeraucht. Genau. Hm, das ist nicht sympathisch. Das ist neu, oder? Aber okay, wenn die das sagen, wie gesagt, ich weiß. Ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, also die Dinge ändern sich. Eine Woche nicht da, den ganzen Laden umgekrempelt. Ja, ja, richtig. Coco-Chefin macht das hier schon. Ich habe dich gerade leitende Chefin genannt. Finde ich eigentlich viel besser. Oh, das fängt echt schön aus. Oh, Habella. Ich bin nur Coco-Chefin. Morgen den Ritz-Cura vorbei. Coco-Chefin. Ja, fängst du für die Vertretung eigentlich. Dankeschön. Eieieiei. Ja, im Moment leitest du aber mehr als alle anderen. Äh, ja. Ja, sehr liebe. Oh, wie süß. Ja, aber Voraussetzung wäre quasi nur erstmal Pkw und Pbs. Habe ich beides. Perfekt. Den Rest würden wir dann nach und nach bezahlen. Genau. Wenn gefordert wird. Also das wären dann Bus und Boot. Führerscheine. Ähm. Aber auch, ähm. EHK. Genau. Ersthilfe-Kurs zahlen wir. Also alles, was für den Job wichtig ist, zahlen wir. Genau, genau. Oder wenn wir das irgendwie begründen können, dass das für hier relevant ist. Richtig. Wir zahlen wöchentlich Prämien aus, wenn ein bestimmter Umsatz erreicht worden ist. Genau. Und genauso monatlich. Genau, monatlich nochmal zusätzlich auch nochmal was. Mhm. Als Dankeschön für die tolle Arbeit. Ja, und aus Ausgleich, weil wir wissen, wie die Leute beim Gewerbe verdienen und bei uns. Wir wissen, dass das Gehalt hier nicht so üppig ist. Dafür ist der Job definitiv sicher. Und wir versuchen, das hat finanziell auch immer wieder auszugleichen. Genau. Wenn ich jetzt hier anfangen würde, würde ich am Anfang noch mit jemandem mitfahren? Aber natürlich. Nee, nee. Also zuerst wäre es natürlich ein betreutes Fahren. Jemand, der ab Bahn 2 ist, der fährt halt mit. Man erklärt vorher noch das Dienstblatt. Und wenn man sich dann soweit sicher ist, dass man auch alles eintragen kann und so weiter, bekommt man die Freigabe. Aber auch erst wirklich nur dann, wenn man sich das auch wirklich selber zutraut. Solange ist immer noch betreutes Fahren immer möglich. Also es gab schon Kollegen, die gesagt haben, ich will lieber noch einen Tag oder eine Stunde länger mit jemandem zusammenfahren. Das ist auch kein Ding. Genau. Da muss man auch keine Angst vorhaben, wenn man das noch möchte. Das ist auch nicht negativ oder sowas. Nein. Man hat keine Anwesenheitspflicht außer zu den Besprechungen, die eigentlich immer sonntags stattfinden. Heute war sie halt an dem Montag. Sonntags um 19 Uhr ist unsere Besprechung normalerweise. Aber ansonsten gibt es keine Anwesenheitspflicht. Es wäre trotzdem schön, wenn man so das eine oder andere Mal auftaucht. Ja, klar. Aber ich hatte gerade noch eine Frage, jetzt habe ich sie nicht mehr vergessen. Achso, wie ist es hier so unter euch im Kollegium, sage ich mal? Verrückt. Ja, verrückt, genau. Man könnte sagen, familiär verrückt. Also Mobbing steht ganz oben auf der Liste. Ja, also damit muss man schon mal leben. Aber liebevolles natürlich. Natürlich. Sehr liebevolles Mobbing. Nein, also darauf achten wir schon, dass man irgendwie zum Team passt. Wenn wir das Gefühl haben, jemand passt nicht zum Team, dann stellen wir den eigentlich auch nicht ein. Guck mich an, das beschreibt unser Team. Genau. Sehr bildlich. Oh Bella, warte, ich habe noch was von dir. Was? Ja. Warte. Das ist Zeit, ne? Ja, genau. Mit lieben Dank zurück. Hat es gepasst? Ja, aber natürlich. Direkt. Also die Chefs, die sind nicht besser als die, die frisch eingestellten und keiner hat die Star anhören oder sonst irgendwie was. Wenn Hilfe gebraucht wird, ist jeder genauso da. Ich brauche eine Million, könnt ihr mir helfen? Eine Million? Eine Million. Die bräuchte ich gerade selber. Und die hätte ich auch ganz gerne. Perfekt, dann können wir ja heute Abend zum Bank fahren und das klären. Ja, bestimmt. Ach, Ilva, wir haben das mit den Tasern vergessen. Hast du es denn schon in die Dienstvorschrift? Nein, eine habe ich noch nicht eingetragen. Dann sollten wir auch noch nicht die Taser aushändigen. Ja, warten wir dann noch nicht. Dürfen ich die Taser benutzen? Ja. Nur zur Notwehr. Unter ganz verständlich. Strengen Regeln. Genau. Zur Notwehr halt, ne? Wenn jetzt einer wirklich auf einen zukommt und sagt, ey. Deswegen bin ich eigentlich auch gar kein Stehter. Ja. Man muss aber keinen. Zum Beispiel. Und dann? Dann weiß ich ja, wie ich Millionär werde. Du weißt, dass wir das Geld vom Staat bekommen. Echt jetzt? Ja, wir sind staatlich. Also das heißt, stündlich kriegt man hier auch den Lohn. Perfekt. Sehr vorbildlich. Also wenn du Schutzgeld willst, stell mir eine Rechnung aus. Ja, perfekt. Das ist mir so gut. Wir gehen dann einfach wieder zu City und sagen, wir brauchen Geld. Richtig. Und Geld und Staat druckt. Also das habe ich einmal gemacht, mich dagegen gewehrt. Und das habe ich fast mit meinem Leben bezahlt. Und das mache ich nicht nochmal. Ich muss im Insider wissen, dann klären wir das. Was? Wenn der Coop losgehen soll. Wann genau hast du eine Zeit? Ich denke mal, ich bin morgen so ab 18 Uhr bin ich da. Im Bewerbungsgespräch wäre natürlich sehr toll. Perfekt. Obwohl so eine Geiselnahme beim Bewerbungsgespräch, das wäre auch mal nice. Bella, hatten wir nicht eigentlich sogar auch mal das Thema so ein Event-Taxi? Wollen Sie sich mal als Geisel fühlen? Hatten wir nicht mal das Thema? Dunkel kann ich mich daran erinnern. Ja, also ich glaube, wir brauchen nochmal Kabelbinder und ein paar Säcke. Ich glaube, Kabelbinder haben wir schon im Lager. Säcke, ich glaube, einen Sack hatte ich da mal reingeschmissen. Weitere Säcke, ich hätte es ja größer, ich habe auch noch. Ja, das stimmt. Aber stimmt, damit kämpfst du jetzt an deine Millionen dran. Aber wir haben, glaube ich, knapp nur eine Million auf dem Konto. Für alle Angestellte, die wir noch bezahlen müssen. Oh, ich kriege hier keine Millionen Lohn pro Stunde. Nee, leider nüscht. Nee, es sind anfangs erst mal nur Pausen. Also reich wird man hier beim Arbeiten nicht, aber man hat auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, ich sage mal, bei allen Millionen, ich unterschreibe mich, weil wir würden bei allen Millionen überleben, das so. Nee, leider nüscht. Wenn ihr nicht fahrt, seid ihr alle mal hier und chillt hier so miteinander? Ja, genau. Ja, die meisten sind hier, du musst aber nicht hier sein. Also, du kannst auch angeln gehen während dem Dienst. Genau, angeln ist auch völlig okay. Auf Bereitschaft. Das heißt, wenn ein Einsatz kommt, dann musst du halt auch direkt losfahren. Ja, klar. Und das Angeln sind meist nur am Pier. Meinetwegen können wir eben Kautschuk anbauen, jeder seine fünf Stöpfchen. Das war es dann aber auch. Keine von Gästen oder Freunden. Ach, jetzt weiß ich es, warum ich gestern Anschiss bekommen habe. Warum? Ja, weil ich Hanf da oben gepflanzt habe. Und du hast keine Joints für mich? Nee, leider nicht. Pablo, du riskierst echt Widerschläge. Nein. Die Entadoption, mein Schatz. Also, wenn du dich mal Hanf anbaust, dann machen wir doch einen Joint. Ich gebe dann nichts, du mal. Na, bitte. Aber dann auch für jeden einen, ne? Einmal für die ganze Runde. Na, aber natürlich. Kein Problem. Ich will in der Besasse. Ja, klingt gut. Muss ich gelb tragen? Ist das verpflichtend? Ja, ne? Ja. Also, gelbes Oberteil. Aber es kann jetzt so eins wie meins sein. Es kann aber auch ein komplett anderes. Es sollte nur kein Logo zu sehen sein, so Werbung. Genau, kein Schriftzug oder sowas. Die Mitarbeiter von euch sieht cool aus. Die andere, die unterwegs ist, glaube ich. Die Kill Bill? Ja, ja. Das ist echt gelöst. Ja, also, das ist individuell halt, ne? Es sollte nur halt Oberteil gelb, Hose schwarz und schwarze Hose. Ja, wir haben das jetzt einerweilig gelöst. Also, mit Kill, den kannst du erstmal einen Haken hinter machen. Genau. Oh, ich weiß nicht. 70% mir schreien ja und 30% sind so. Oh Gott, du weißt es nicht. Wie soll man ein Stück entscheiden? Ich würde einfach sagen, give it a try. Ich wollte anfangs hier auch nicht anfangen. Da bin ich ganz frisch hier auf der Insel gewesen. Und ich wollte eigentlich gar nicht. Und ich bin jetzt seit Anfang, ich bin jetzt schon seit 5 Monaten hier. Und ich habe es bisher nicht bereut. Wie schön. Ja doch, 3. Juni, da habe ich hier angefangen. Boah, krass. Ich bin jetzt gerade am überlegen, einfach drüber zu schlafen. Und morgen quasi mich zu entscheiden und dann herzukommen. Ja, klar. Kein Problem. Also, familiär ist es hier auf jeden Fall. Lustig ist es hier auch immer. Ja, das habe ich schon gemerkt. Und ich komme nicht wegen des Geldes her. Ich komme wegen den Leuten her. Ja, klar. Aber das ist ja eigentlich, eigentlich sollte ich bei Arbeit ja immer so sein. Richtig. Das ist für, es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an, sondern eher wie ein Hobby, das bezahlt wird. Das klingt schon ziemlich nice. Ja, ansonsten einfach mal eine Nacht drüber schlafen und dann auf die innere Stimme aufpassen. Machen wir die Zeitpunkt schon gesehen? Das mache ich. Ja, dann lese mal lieber. Was denn? Wo? 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 Wo?! Wo? 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 Mhm. Ach, meinst du gerade die Nachricht, die im Dings gekommen ist? Mhm, mhm. Okay, oha. Klasse. Mhm, 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 mhm. Ja, wollen wir los? Dann kannst du das ja noch überlegen. Bis morgen. Ich würde mich dann morgen bei euch melden. Vielen Dank auf jeden Fall. Kein Problem. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend. Danke ebenso, macht's gut. Katz, gib mir bitte ein Papier. Ciao, ciao. Ich hole mir morgen die Vermittlungsgebühren ab, okay? Warte kurz, äh, ich muss mal kurz an den Rucksack, oder? Ein toller. Ja, die kann ich Ihnen direkt geben, kommen Sie mal her. Nein, Spaß, dann rein, ciao. Nein, das war mir Spaß. Nein. 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 Best dienen wir mal, best dienen wir mal. Von den Rucksack. wenn dir das gegner geben hat ich empfehle euch auf jeden fall weiter ich habe immer ich würde sagen wir haben einen dresdoller gegeben okay schatz weißt du wer die telefonnummer ist ich habe hier eine unbekannte wem die telefonnummer gehört vielleicht kennst du die ja ich weiß es nicht moment ja 358 3 5 8 8 8 8 8 2 5 2 5 7 0 ja ich kann dir sagen wer es ist wer denn das willst du nicht wissen nein sagt das ist dünns tun tony wieso ruft er mich an ich sag noch mal 358 also 5 7 0 am ende kann das ding sein vielleicht ist das der von der city admin mit seiner privatnummer er hat mich heute also diese nummer hat mich heute zweimal angerufen einmal um 8 16 und einmal 13 und 9 358 8 8 8 2 5 5 7 0 nicht erreichbar ich habe ihn jetzt eine sms geschrieben dann soll er sich melden wer das ist ganz einfach wenn es der typ von der city ist dann kann er sich darüber melden Mama, es hat was für Biss. Bella hat aber schon eine Einladung, das weißt du. Jetzt habe ich keine Einladung gegeben. Ach so. Wenn das ernst gemeint ist, habe ich da kein Problem. Was denn? Worum gehts? Ich habe ihr eine Bewerbung gegeben. Echt jetzt? Mhm. Du weißt schon, dass Bella und ich befangen sind, wenn es um deine Sachen geht? Sie hat gesagt, es wird eingestellt. Mach den Vertrag jetzt nicht fertig. Pablo an Leitstelle, bitte komm. Nicht dein Ernst, oder? Es kann doch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, du bist doch noch... Ich wollte gerade sagen, das geht doch bei dir noch gar nicht. Du bist suspendiert, nicht gekündigt. Hallo? Ja. Kommst du mit ein? Obwohl, ne. Also ein normales Taxi reicht. Was ist passiert? Drei Personen müssen abgeholt werden. Bei Los Santos Custom. Ja, check. Das Taxi wird erstmal in Aufhut von Mechatronikern abzugeben. Na gut. Ich muss drei Leute gerade vom LSC abholen. Hehehe. Der Regen ist holen. Ich wollte einmal zeigen, wie es dürfen geht. Es holt dich schnell, Schatz. Nee. Das gehen Sie holen. Okay. Pablo holt euch ab. Äh, okay, danke. Das ist ein Viertürer, ne? Ja, das ist ein Viertürer. Ja. Das ist ein Viertürer. Das ist ein Viertürer. Das ist ein, was ich nicht sagen. Ich habe einen Viertürer. Und ich habe einen Viertürer. Und ich habe einen Viertürer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das, was auch Washington zu mir geschrieben hat? Ja, ich bin gerade dabei. Ich kann mal in Chefsache reinsetzen. Ja, so. Ich bin gerade ein bisschen hier. Ja. 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 Kann ich nichts machen. Ist so. Mhm. Ja, es ist dann halt einfach so. Hallo. Hallo. Ja. Ja, klar. Ja. 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 Das ist ein Wetter. Ja. 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 Hey Schatz, Kjell hat gerade schon nachgefragt, wo du bleibst. Ja, ich habe am Würfelpark zweimal hintereinander der Kopfschmerzen bekommen. Oh, ach du Scheiße, okay. Ist da gerade so viel los, verdammt. Aber die warten beim LSC auf dich, ne? Ja, die sitzen schon bei mir im Auto. Okay, alles klar, dann fahr am besten den Würfelpark. Ob die jetzt nochmal bei euch ankommen, weiß ich nicht, weil ich wollte gerade mein Auto versmutzen. Und ich glaube, jetzt muss die auch im Moncella tauslassen. Die wollen mein Auto versauen, haben sie gesagt. Das sollen sie mal machen. Ja, das ist Misaki und Kjell will mein Auto versauen. Das gibt's ja wohl nicht. Und ich hab gesagt, wen ist oft die Weiselieder auftaucht? Und da hab Kjell gesagt, das macht ja nichts, weil sonst weiß ich man nicht. Oh, irgendjemand hat doch weh. Oh je. Oh, den können wir jetzt fehlen lassen, hab ich's weh. Gelernkopfsmärchen. Oh Mann. Was ist denn hier los? Ja, der kann laufen, ist ja Regen. Der ist ja gewohnt. Oh nein. Scheiße, was ist denn heute nur los? Wir haben einen neuen Draft da. und check kopfschmerzen an kopfschmerzen heute wir sollten heute mal alle dann außer dienst gehen wir sollten heute mal schon dort kreischt kreischt Vielen Dank. 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 Okay. 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 hm das ist aber was denn das zeige ich euch später in abends telefonat oder sowas weißt du abends liege ich im bett das nächste taxi kaputt ich rufe lsc an ja genau die sonne ist abschleppen da war die pole zu schnell oben hallo hallo ich sage ich wollte aber dieser die wollen haben diese können russen verkaufen ja dann kommen wir mit ich habe keine runde dabei hast du dir deine sein zertifikat schon aus dem lager geholt ja das hat man schon gesehen ja ja nee ist schon schon klar ich muss gerade nur gucken ob es bella schon übertragen hat in die dienstvorschrift dass wir das mit den täsern machen ohne dass es in der dienstvorschrift ist darf ich das noch nicht rausgehen alleine lauf nein ich muss gerade lesen meine war ich gott sei dann geht es mir gut ich habe ja gott sei dank mann ich weiß es nicht keine ahnung ich mache euch zu so ah Schatz hast du dich umgezogen mhm da liegt die Schürze ja klar ja mein job habe ich noch ja man hat sich beklagt über die hohe sonderzahlung und der governor möchte aber das hat wohl jetzt überhaupt nichts mit meiner führung zu tun mit den sonderzahlungen oder sowas einfach nur mit der sonderstellung des taxis im allgemeinen wir werden zum gewerbe und funktioniert bitte was wie ich habe das angebot gemacht dass ich meine stellung und das taxi komplett verlasse aber alles so bleibt wie es ist was ähm war denen eigentlich ziemlich egal ich soll mir das überlegen ob ich beim taxi bleiben möchte oder nicht das wäre meine entscheidung aber die entscheidung dass das taxi zum gewerbe wird steht dann ist das das ende dann ist das das ende können wir uns nicht halten ja das ist das ende ich habe auch gefragt was passiert wenn wir uns nicht halten können egal wie viel wir da reingesteckt haben ich habe doch überhaupt gar kein kapital ja ich das ist das ende ich habe 400k auf der karte ja aber die habe ich für das haus was ich gerne haben möchte mhm das ist jetzt nicht deren ernst es wird nicht von heute auf morgen passieren es wird jetzt nach und nach soja ist jetzt für uns zuständig das gewerbeamt sollten wir uns nicht halten können ja ähm müsste ich dann nochmal mit soja sprechen dass man sich da nochmal irgendwie eine lösung überlegt das wird nicht funktionieren das wird nicht mal eine woche halten die preise können wir alle selber gestalten ja wow dann wird keiner mehr taxi fahren es wird niemand mehr taxi fahren bei diesen preisen die wir dann veranschlagen müssen um alles halten zu können Reparatur Tanken Lohn das wird nichts es ist jetzt nicht deren ernst es ist nicht deren ernst es ist nicht deren ernst was ich heute noch haben möchte ja ich weiß nicht wie ich das machen soll über Monate hinweg mehr als ein halbes Jahr das weiß es heuer auch habe ich alles versucht damit das taxi sich selber halten kann alle wirklich Gott und die Welt alle haben mir gesagt brauchst du nicht zahl Sonderzahlungen aus ok vielleicht waren die 50.000 jetzt zu viel ich habe gesagt das zahle ich auch gerne alles zurück nee daran wird es nicht liegen bla bla blub und ja woran liegt es dann dann soll man uns einen richtigen Grund geben ich weiß meine Führung ist nicht gern gesehen nein es würde gar nicht an mir liegen sonst würde ich nämlich die Kündigung bekommen weil ich meinte ich bin bereit die kompletten Konsequenzen dafür zu tragen daran wird es nicht liegen das ist nicht den Ernst ja Bella Mensch Bella du bist eine super Chefin aber ich bin Querschläger ich mache nicht das was die wollen und genau das ist genau das was wir alle daran mögen du bist nicht wie die anderen ich weiß nicht wie ich das machen soll ich weiß Mensch Bella ich fange ich auch noch an zu weinen den Fuhrpark können wir komplett wegschmeißen ja das können wir nicht halten ich kann doch noch nicht einmal die Kfz Steuern zahlen nee wir müssten 24-7 im das geht nicht wir können nicht 27 im Dienst sein die Preise die werden explodieren das ist nicht dein Ernst das will ich nicht glauben weil mit der wenigen Zeit die ich im Moment habe ja das gibt es nicht das gibt es nicht also auch für mich steht es wirklich auf der Gippe ob ich noch bleibe mh dann ist es so wie damals in Texas da hat man für eine einfache Fahrt 2500 bezahlt alle die im Dienst sind bitte ins Büro kommen sind ja fast alle da ja ähm au hi mein Mann hat mich getreten ist jetzt nicht witzig sind alle da er hat mich wirklich getreten also man hat mir gerade mitgeteilt das Taxi wird nicht mehr staatlich unterstützt wir werden staat also wir sind nicht mehr staatlich es wird jetzt nach und nach umfunktioniert deswegen auch die Besprechung für morgen die Sondersitzung äh mit dem Aspekt können wir aktuell nicht einstellen ne ähm ganz ehrlich ich weiß noch nichtmals wie wir den Fuhrpark bezahlen sollen man wollte wohl angeblich schon letzte Woche mit mir darüber reden aber ähm da man jetzt mitgekriegt hat dass ich da bin weil ich ja Überweisungstätigkeiten gemacht habe ähm die Sonderzahlungen waren übrigens auch zu hoch deren Ansicht nach aber was war denn jetzt der Grund dafür? ähm keine Ahnung ich habe auch gesagt dann meine ich wenn das Problem ich bin dann meine ich gehe ich sofort aus dem Taxi raus wenn alles so bleibt wie es ist nö das wäre eine generelle Idee dass man das Taxi so umstrukturiert dass es ein Gewerbe ist und eins sage ich euch ich weiß nicht wie wir das alles bezahlen sollen nichts ich weiß nicht wie ich eure Gehälter bezahlen können ich habe keine Ahnung ja keine Ahnung das weiß ich auch nicht äh besprechung gerade könnten sie draußen warten ja ja das ist rheinstedt ne das ist rheinstedt das ist rheinstedt das ist rheinstedt vom LSC echt ja das klingt wie wir ne ja weiß ich auch nicht wie wir das zahlen können es weiß wie wir das bezahlen ISG morgen die Millionen pfeffeln wir gehen jetzt Casino und keine Ahnung was soll der Scheiß vor allem wieso wird das einfach gemacht wir fahren alle nach Kaio und gehen Riscora Säfte machen ganz ehrlich im Moment habe ich die größte Lust das Taxi hinter mir zu lassen und hier aufzuhören du bleibst dabei hier aber dann mit einer fetten Abfindung kann das auch nicht weitergehen vor allem ich hab so vor allen Dingen jetzt klar die Preise können wir dann selber gestalten ja aber dann fährt keiner mehr Taxi dann fährt keiner mehr aber wir müssen definitiv den Fuhrpark verkleinern wenn das Personal nicht sogar verkleinern also Gehälter keine Ahnung wie ich die gestalten soll ich weiß es nicht Herr May also Sawyer will von einer Woche irgendwie die Übersicht haben über die Kosten und alles hab ich nicht ich hab einen Umsatz aber wer hab ich nicht er weiß ganz genau was ich hab und was nicht er hat ja selber hier gearbeitet vor allem wenn er das denn selber weiß wo soll's denn dann das andere alles herkriegen und ich hab ihm selber gesagt aber du weißt doch am besten dass ich das immer selbstständig haben wollte dass ich immer da hingearbeitet habe dass das Taxi sich selber halten kann jeder hat mir gesagt brauche ich nicht aber hast du nicht diese Liste wo alle Fahrten da hinstellen? ja aber ich hab keine Kosten drin ich kann ja nicht sagen wie viel Sprit das kostet ich kann ja nicht sagen wie viele Kfz-Steuern ich zahlen muss ich weiß nicht wie hoch die Pachtgebühren ist oder wie viele Lizenzen ich kaufen muss wenn ich überlege dass ich mein Taxi am Tag so 8 bis 15 mal tanke das sind ungefähr noch 250 Dollar oder wie oft die kaputt gehen ja ja das und das Eigenkapital ja ich habe 400.000 gerade auf der hohen Kante weil ich mir ein Haus kaufen möchte für 800k das kann ich mir dann auch sonst in den stecken das wird nix also jeden Cent den ich habe müsste ich jetzt hier ins Taxi reinstecken und sich mal umdrehen geführt mindestens ja aber die können doch nicht einfach so das streichen haben sie gerade haben sie gerade das ist jetzt die Vorlaufzeit heute ab bald es werden noch Gespräche geführt man will Kalkulationen sehen das ist jetzt mal so die City muss doch von sich aus schon selber bemerken dass das Taxi niemals von einem Privatpersonen geführt werden kann in der Lage wie es aktuell so ist die wollen das aber so der Governor möchte das so der Herr Bergmann ich habe auch gefragt was ist wenn das Taxi sich selber nicht halten kann vor allen Dingen wenn wir auch so gesehen ich sag jetzt mal zusammenlegen und so irgendwann können wir das denn so auch nicht und war der Herr Bergmann dabei? nein es war der Herr Douglas dabei der Herr May der Eden der Steuja war dabei und eine Dame habe ich gesehen ja das war Zirone und irgendein Security-Mann sie hat aber kein Wort gesagt und keine Ahnung wer die Security war ich habe ehrlich das einzigste was ich jetzt also das einzigste wo ich jetzt nicht irgendwie mehr Geld in der Zeit verdiene wo ich arbeite ist eine Limousinenfahrt und wir haben hier keine 24 Stunden Aufträge also wer kündigen will darf gerne kündigen nö ihr könnt aber gerne euch noch ein paar Gedanken machen morgen die Sondersitzung bleibt trotzdem wir machen morgen eine Besprechung aber ich habe vergessen die Uhrzeit einzutragen nö m m nö ähm so ich werde mal bestimmt gucken die Uhr Passe bei euch 19 Uhr denn mir passt die Uhrzeit morgen ja also ich weiß selber nicht ob ja ich werde es jetzt erstmal anfangen aber ich werde mal in der nächsten Woche über明uen ob ich das wirklich will schatz wir schaffen das zusammen das taxi ist auch meine familie ich bin seit über einem jahr ich hilfe euch ganz ehrlich war schon seit seitdem ich war ich bei linken ist helf für uns ein sohnemann ist da kannst du mir nicht helfen doch ich gehe morgen millionen ich kenne doch noch nicht einmal die ganzen kosten pablo wir haben unkosten wir müssen ja da werden noch gespräche geführt also sprich so gesehen haben wir eine woche mindestens zeit wir haben ein bisschen mehr zeit also es soll jetzt nach und nach passieren da wird wohl was hat es vorher gesagt ende dieser anfang nächster woche oder sowas gespräche noch mal stattfinden ich werde dazu dann eingeladen wir können uns das jedoch nicht wegnehmen tun sie ja nicht nein aber sie machen es kaputt wir machen es kaputt ja ich muss noch irgendjemanden da der zumindest ein bisschen da was ausgerechnet hat dass er daran sieht doch sofort dass es gar nicht sich halten kann also preise können wir selber gestalten ja super das ist ich habe jetzt schon du kennst du doch von jetzt schon was die frage ist zu sagen ja ist zu teuer und wenn du jetzt kommst du sagst du siehst die preise an wer fährt überhaupt noch das ist also in der mitte reden hier nicht von preis verdoppeln sondern wahrscheinlich sogar für drei oder für vierfachen ja und wer fährt dann überhaupt hier auf der insel noch taxi keiner die die kriegen doch die zivilisten die meisten taxi fahren und die können nicht nur das geld verdienen weil sie gar keine möglichkeiten haben dann aber ganz ehrlich ist der taxi noch teurer werden wie hoch soll denn die pacht überhaupt werden weil bei dieser solche 850 die woche und das geht ja voll klar ja die aber du musst den fuhrpark auch noch mit berechnen pass mal auf du musst wahrscheinlich wird es nämlich so kommen wenn das wie bei ronny kommt muss ihr für die ganzen autos was ihr habt geld hinlegen richtig wenn ich die noch abkaufen muss dann dann gar nicht dann brauche ich gar nicht überlegen dann brauche ich gar nicht so teuer aber die fahrzeuge kann gar nicht so teuer sein abkaufen muss es geht jetzt gerade nicht um die steuern man guck mal wie es vom staat wie wir von staatlich von in das atl ist aus von staatlich zu gewerbe übergehen durften wir alle fahrzeuge was wir hatten beim erzählen ist durften wir abbezahlen bei denen also ich hatte da zehn fahrzeuge die eigentlich so im schnitt 50 dollar kosten das viel mehr wird das auch nicht sein oder weißt du was sie für so ein auto haben wollen wenn du das abbezahlen muss nee darum geht es ja nicht nur 45 taxen die wöchentlichen kosten die kannst du ja die hast du ja ganz schnell gedeckt ist ja gar kein problem aber es geht darum was kostet so ein auto wenn du das wenn wir jetzt start aus staatlich privat wird musst du die autos im endeffekt bei der city administration abkaufen das heißt mussten kaufpreis für diese autos bezahlen und was die dafür rechnen weiß gar keine stimm was für autos wir holen ja das geht ja auch nicht so einfach wahrscheinlich können wir auch die folierung auch zahlen ja wahrscheinlich eine feste sache was die wollen welche autos benutzt werden ich denke man dass die taxis was gerade verfügbar sind dann auch bleiben sollen vielleicht könnte man es ja so machen dass man erst mal ein gewissen teil der fahrzeuge kauft also nach und nach wieder nachkauft die halt keine ahnung erstmal in ihrer garage stehen lassen wir zum beispiel mit dem dilettantes anfangen weil das strom das aufladen ist erweiterts billiger als benzin auch wenn sie halt in meinen augen nicht so angenehm sind die fahrzeuge aber das sind halt elektrofahrzeuge die kosten nicht so viel was den spitz und so angeht dann könnte man ja erstmal die wieder kaufen und so bei uns dann einige was läuft und man irgendwann mal geld hat dann die anderen nachkaufen das sollte ja eigentlich das problem sein sprich jetzt so gesehen dass man erst mal vier hat man sich zum beispiel immer zwei ein teilen oder es werden ja erst mal zehn reichen oder so ja gehen wir mal von dem preis von 30.000 aus ja gut sind halt 300.000 da müssen wir zusammenlegen aber im endeffekt die willst du deinen eigenen lohn überhaupt gedeckt bekommen das ist dann die nächste frage du möchtest ja auch im endeffekt auch geld haben das ist das problem weil soweit ich nämlich weiß bei den gewerben für diese teilweise als rang 0 600 und das wird auch nicht so viel mehr auf den höheren reihen eben aus diesen gründen und ich weiß nicht ob dann machst du also ich würde wahrscheinlich hier bleiben ich weiß natürlich jetzt nicht wie es genau dann aussehen wird aber wenn dann wirklich die preise sollen oder die jetzt gehalt so in den keller geht kann ich mir das auch nicht so ganz ehrlich ich werde euch auch nicht bei sowas sicher ich werde auch versuchen mit zu helfen so weil ganz ehrlich ich habe euch einfach alles sehr lieb gewonnen ihr seid für mich wie eine zweite familie und das ist für mich ich habe mir schon sehr lange kopf gemacht gehabt hier anzufangen ja und seitdem ich hier anfange ich fühle mich einfach hier halt wohl ja es ist halt die zweite familie geworden ja und vor allen dingen und ich bin froh dass ich bella kennengelernt habe und ich euch alle also ihr könnt euch das ja bis morgen noch mal durch den kopf gehen lassen wenn sie morgen etwas später sein sollte nicht böse sein von mir mache ich die nacht durch im acker wie blöde es bringt nichts es ist einfach nichts wir können im prinzip das taxi heute zu machen weil ich werde eh nicht mehr fahren und jetzt nachdem wisst ihr was ich jetzt machen für mich ist es so als ob die gesagt hätten wir machen das taxi zu weißt du was kriegst das ja jetzt weggenommen vom start nein ich nein wir kriegen nur die keine unterstützung mehr keine unterstützung das heißt kein stündlichen lohnt annehmen soll ich würde die leitstelle ablegen wird meine leute im dienst lassen und wird irgendwas machen noch ist geld auf dem konto was wollen ja aber ja dass das unser startkapital sein wird und vor allem ich denke man da wird noch gar nicht das ist sowas nicht unbedingt ja das folgen wir noch tino damit ja damit provoziere ich eigentlich noch mehr aber das geld vom konto du kannst du nichts anfangen mit dem geld mit der karte ist mit fingerabdruck gesichert und du kannst sie nur im dienst benutzen habe ich mit mir kommt jetzt mit dem finger abschneiden oder was auf geht's frau donner kommen sie mit am liebsten würde ich tatsächlich das komplette taxi bitten zu kündigen und selber alles niederlegen und dann sollen sie selber gucken wie sie es hinkriegen ja mama damit gibst du denen auch mit gut machen nein weißt du weißt du was dann passiert weißt du was dann passiert wenn das taxi komplett dicht macht es wird auf es wird ein aufschrei durchgehen ganz ehrlich es wird ein aufschrei durchgehen das ist wieder ein taxi geben muss weil die leute ist halt auch brauchen wahrscheinlich denn ein rein weil so ich also alleine heute die ganzen leute die ich gefahren habe die haben alle gesagt haben sie sind so froh dass es ein taxi gibt ich habe ich glaube 1 2 gab hier und so der leute ist doch gar kein problem wir haben alle in pbs ja dann habe ich habe alle feste fahrscheine aber ein kombinierer kronstein wie hieß der typ und wir bieten einfach privat heisenberg also heißenberg und übernimmt das ich finde das vielleicht jetzt erstmal reinschreiben dass wir erstmal jetzt nichts machen auch noch auf grunde nein nein wenn ich jetzt irgendwie was wir auch wenn die das jetzt da rein schreibt kann ich sehen wer da vorne gleich die tür reingesprengt kommt wenn ich jetzt irgendetwas mache ein falscher tritt und da vorne kommt steht gleich wieder immer ich krieg wahrscheinlich die ausweisung weil ich mich gestört habe und wahrscheinlich steht dann kein herr mei oder keine bewerbung so leid es mir gerade für die dame tut misaki kannst du nicht da ich zu einem liefer ich kann die in risco das passt echt gerade zu der stimmung ich werde mir ein paar gedanken machen vielleicht habe ich bis morgen schon irgendwie eine grob struktur zusammen das ist ja klar natürlich da gibt es ein bisschen krankenkasse ich weiß nicht ja was ist denn das taxi wird gewerblich ja hat uns gerade der mail ist ja gesagt wir werden gewerblich ja keinen grund es gibt keinen grund dann wird der laden nicht lange stehen bleiben kann ich jetzt schon sagen ich weiß das wird hier zugrunde gehen ja ja bitte was sagt ich schon bella dann sind bella ist am boden zerstört glaube ich ja gut dann gehe ich euch jetzt erstmal nicht auf den tag nein was ist was was wolltest du ich hätte hier jemanden der gerade eingereist ist der hat sich gerade bei mir beworben allerdings tut mir gerade leid aber wir sind gerade also es wird wahrscheinlich noch ein paar leute geben die jetzt noch fahren aber ich glaube wir sind jetzt noch fünf und ich glaube wir werden heute alle außer dienst gehen weil diese weil diese information hat uns echt gerade geschaut nein 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 das nicht wir werden morgen erst mal noch eine eine besprechung noch mal haben müssen wegen der sache und ja wie es dann weitergeht weil das wird sich nicht halten können die kfz ich muss der kfz steuern zahlen muss ich die kfz eigentlich kaufen woher bleibt gleich noch jemand im dienst beim md ist ein neu eingereister ja gerne die rund ja der gerne halt von md abgeholt werden die steuern sind ja das kannst du dann gerne tun muss ich dann nur bei meinem bruder melden du kennst ja mein bruder ich habe auch seine nummer weil ich auch seine nummer weil ich habe gar keine kosten solche gegeben das muss ich jetzt alles wissen oder so er wird sich aber gleich noch mal bei mir melden er wird sich gleich noch mal bei mir melden und dann kann ich ja sagen dass du das dass du dich dafür bereit erklärst super ich danke dir mir sagt ihr wirst du mitkommen auf andere gedanken bisschen kommen okay dann los das sind jetzt noch die ersten gedanken die ich gerade habe du weißt doch wie das aussieht kann ich dir auch sofort zukommen lassen ist jetzt kein problem das steht in den informationen im postfach glaube ich aber ich kann es dir auch sagen city danach staatsbank nochmal city danach fährst du taschenladen an mobilen funk laden einmal an wegen dem visum und danach wegen paycheck also wenn ihr das reicht ja genau ach so und dann noch und dann noch klamotten und taschenladen also das ist nur der umsatz wo die einnahmen sind das ist ja irgendein motorrad oder autohändler ein motorrad oder autohändler wird auch angefahren ja ja stimmt das kann ich nicht halten dass das wird mindestens verdreifacht mindestens also in den informationen steht die liste nicht schon muss ich gucken wie weit ich die kalkulation kriege ob ich auf neu ankündige überhaupt rücksicht nehmen kann dann ist das in der info da und ganz unten ist die preisliste und auch die abfahrt oder die anfahrtssachen von neulingen deswegen frage ich nach den kosten damit ich da schon mal irgendwie bescheid weiß dass ich jetzt vielleicht in der woche mal ein bisschen drauf achten kann unten in der info wenn du ganz runter scrollst da ist nochmal die preisliste inklusive der neulingstour ach so im tablet meinst du ja genau ok danke ansonsten stellen wir das nochmal irgendwie ins postfach rein oder so damit ihr da auch bescheid wisst ja ich muss erstmal eine kalkulation aufstellen damit ich euch irgendetwas vorlegen kann weil ohne eine kalkulation brauche ich gar nicht erst anfangen ja gut dann weiß ich da ja aber im moment dass das mehr fällt mir gerade nicht an alles klar danke dir also die pacht ist meistens zwischen 500 bis 500 dollar bis 3000 errechnet mit 2000 im monat in der woche in der woche da könntest du das gesamte hier nochmal renovieren die fahrzeuge sollen übernommen werden also nur übernommen werden nicht abgekauft das ist sein das wäre ja schon mal was gutes weil er meinte dass ich ja auch nicht unbedingt das geld dafür habe die alle zu kaufen ja vorher soll ich es nehmen nehmen wenn ich stehe steuern hat er gesagt soll ich mal pro fahrzeug mit 100 dollar kalkulieren pro tag ja klar weil er kein fahrzeug kennt was über 100 dollar kostet in der kfz steuer doch welches wenn ich dir sage was der barracks am tag kostet fragst du dich ob das ein großunternehmen ein fahrzeug ist wie viel denn das ding kostet 177 dollar ja wir fahren auch kein barracks ja gut aber das würde sich ausgleichen weil er im vapid wird wahrscheinlich keine 100 dollar sein und eine dilettante auch nicht aber der bus und limousine könnte wieder was anderes sein das stimmt ja boote keine ahnung gegen booten ja mal wenn dann würde ich dann an deiner stelle wenn die boote sich eh nicht rentieren ich weiß nicht wie oft hier genommen wird ja 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 gut solange du sie ja nicht abkaufen musst ist das ja schon wieder mal irgendwie aber allein schon leerlauf von man müsste gucken was das boot an steuern kostet aber das könnte man auch rauskriegen wenn man einfach mal beim boothändler guckt was ein boot wenn man sich's kauft an steuern kostet aber da gibt da kriegst du keine dingis es gibt keine steuern an sich für boote im grunde genommen eigentlich aber für unternehmen schon und ich glaube du kriegst beim bootshändler keinen ding nee aber im sandtrip ich äh ding's das problem ist bei den booten du hast ja keine steuern eigentlich weil du kannst das boot ja nicht anmelden du kannst das boot anmelden doch du kannst es anmelden unsere boote haben ein nummernschild die sind angemeldet die dinge guck aufs tablet auf den fuhrpark da ist ein da ist ein nummernzeichen oder kennzeichen ja die sind angemeldet du kannst dir auch ein chat ski anmelden ja klar ja also hälfte taxis weg noch ein bus eine limo maximal ja dienstwagen für alle auf jeden fall weg ja alle dienstwagen weg ja komplett alle ich sag mal wenn man ja was machen muss im notfall nimmt man sein privatfahrzeug ja das sowieso also ich hab also das mit den elektroautos muss man ja irgendwie dann wahrscheinlich wirklich so machen auch wenn sich die elektroautos sind eigentlich am günstigsten ja davon geh ich eigentlich auch aus das wär mir egal ob die sich beschweren man kann nicht nach den leuten gehen man muss auf die kosten ja das problem ist wenn wir dann noch weniger kunden haben wenn wir schon wir müssen die preise eindeutig natürlich selbst das dreifache hilft ja teilweise nicht also die werbung müssen wir verteuern das auch mhm weil die werbung ist die größte einnahmequelle die wir haben ja und ich schätze mal da ich glaub da musst du immer auch die aufs dach steigen äh was auch ich weiß nicht ob das geht ob das vielleicht zweiseitige werbung geht also zum beispiel auf der einen seite ist dann lsc und auf der anderen jdl oder sowas in der art dass du halt doppelt abkassieren kannst habe ich ja schon immer so berechnet ach so also ich habe dann immer zwei seiten quasi verkauft bei der dilettante weiß ich nicht ob das geht bei den bapids geht's so ich habe mir mal ein bild von der vom popack gemacht damit ich dann eventuell dann später mal kalkulieren kann wie viel gefahren worden ist alleine wenn ich jetzt mal guck mal bitte auf den kilometerstand der taxis an äh drauf ne also wenn ich jetzt auf meinen zum beispiel gucke mit 2000 ne 25.000 es hatte vor einer woche ungefähr noch so pff 23.000 und ich habe mein taxi damals bekommen da hatte es 7.000 jetzt bin ich bei knapp 20k das ist halt das kannst du gar nicht also das heißt ich muss dann rausfinden wie viel die wagen verbrauchen wie viel wird gefahren äh sollen wir vielleicht am besten immer wenn wir jetzt tanken gehen hier die dings äh ne die kann ich ja die kilometerstände aufschreiben und wie viel liter ihr getankt habt am besten ja oder kilowattstunden warte mal das was wir halt nochmal vielleicht äh machen könnten ist auch wirklich bei den billigsten nur noch zu tanken ähm ja wo bleibt diese scheiß verdammte app wo man das nachgucken kann ja das äh wir kriegen ja zum beispiel ich hab ja auch schon angebote bekommen wo wo ich wieder dachte ja das juckt uns ja momentan nicht äh das ich geh jetzt nicht extra meine ganzen taxen bei euch tanken damit du da schon dein geld machst also wenn ich was empfehlen darf wenn ich mich mit einer tankstelle dann zusammenschließen würde das wäre vorne bei hassan am europa ja ja ist der nächste da tanken wir sowieso immer die taxen auf ja da tanken wir sowieso immer unsere taxen äh hat er noch kurz was zu trinken ähm ja warte warte kurz ne den kriegst warte kurz du hast traubensaft also wenn ihr Durst habt wenn ihr Durst habt ich verkauf die Traubenflasche ich verkaufe Traubensaft wir haben die Flasche 4 Dollar wir haben 160 Flaschen bei uns die Flasche 4 Dollar ja ja unternebengeschäft vielleicht einfach fürs Taxi weil es gibt wir haben bis jetzt noch keinen gefunden wo den Traubensaft ankauft mhm ja davon wird man ja wenigstens auch ziemlich sitt ne mhm genauso wie mit Apfelsaft fahrt man sich auf jeden Fall Getränke zu kaufen wenn du ziemlich durstig bist eine Flasche Traubensaft und dann das ist ja genauso wie mit dem Apfelsaft deswegen haben Ruka und ich auch immer Apfelsaft gemacht ja wir haben jetzt zu Hause 67 Flaschen Apfelsaft und über 100 Flaschen Traubensaft ja über 160 Schatz ja das ist ungelogen wir der ganze Keller ist voll Puff und Peng ja die schönste Aktion war auf dem Traubensaft hör mir auf ich kann nicht mehr darüber nachdenken ich auch nicht Herr Jackson kommen Sie mal bitte mit ja also wenn ich jetzt auf meinen Lohn von den also das was ich seit gestern eingenommen habe gucke das ist was wir 50.000 habe ich jetzt ungefähr seit gestern gemacht und das nur als Lohn ok und Trinkgeld halt noch dazu und so aber wie willst du das denn reinkriegen? gar nicht also das ist doch unmöglich also aber es kennt jemand der unterstützt Leute was kommt jetzt? der will sogar so ein Ding aufmachen dass er Unternehmen sponsert wenn sie Veranstaltungen und so machen hä? mhm was kommt denn jetzt? Herr Bergmann will doch was aufmachen achso so ein Dings ah was ist das? hallo? wir verkaufen einfach Herr Bergmann Werbung für 10.000 Dollar die Woche was ist da? da sind wir wieder dein Bruder kommt gleich nochmal vorbei ja ok da hat er den schon weggeschickt weil du gesagt hattest dass wir keinen Kopf haben ja das ja ich weiß er wollte eigentlich nochmal anrufen aber auch noch gut er hat eben gerade zu uns gesagt gehabt er konnte auch gleich rum mhm ach man mach dir mal nicht so viel Gedanken geht's von hab ich auch schon gehört gekriegt vorhin das kriegt man schon hin und wenn ich den bei den Kauberstiefel bis zum Arsch rein schieben muss dann ist das so trotzdem es ist komplett das ist zum kotzen und trotzdem das hier ist das hier ist Familie auch wenn ich nicht viel Geld habe ich werde für das Geld machen ja es ist so schön Ohana heißt Familie Familie heißt dass alle zusammenhalten wir haben schon vieles durchgestanden ich bin immer für das da Mama ich weiß Dankeschön wir hatten alle zusammen und schaffen das und für das auch mein Vater ich mag das nicht wenn sie weint irgendwie dann muss ich auch gleich anfangen zu weinen nein wir kriegen das zusammen hin so ich krieg Kopfschmerzen ich stempel mich aus in vorne Hose ja hier dröhnt der Schädel ja und ist aus dass du neue Kraft kriegst morgen 19 Uhr ungefähr sprechen wir hier nochmal in Ruhe alles klar bis morgen ne darf ich auch morgen ja darfst du ok ist doch jetzt eh alles egal ja richtig jetzt ist doch alles sowieso egal ja ich bin kein Kopf also alles egal ok ich denke mich dann auch jetzt aus ne ja ich geh mich jetzt auch ausstempeln bitte nachdeutsch ich warte jetzt hier noch auf Werner mhm und dann ja mal gucken möchtest du dich dann auch hingehen ich weiß noch nicht jetzt ganz ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen dass es also aus welchem Grund oder mit welcher Überzeugung kommt man denn darauf dass das Taxi sich jetzt so schnell auch allein auf die Beine stellen kann ja wir kriegen das hin es gehen morgen 24 Stunden lang Riscura-Säfte machen ich sag's mal so wenn ich jetzt dann noch diese 24 Stunden auch im Dienst wäre selbst dann könntest du wenn du die Riscura-Säfte für keine Ahnung wie viel verkauft nein Riscura-Säfte gibt 600 Dollar ich von lange nicht mehr ich gehe doch ich komme mit mach einer auf so Gisela ab heute ist die Uhr gelaufen für dies ich wollte noch ganz schnell Autolette die erste wo gekündigt wird ist Gisela aber meine Sachen nehme ich raus ich habe sie weggedrückt das heißt ich glaube ich habe Gisela verletzt warum sie heult Gisela ist halt auch traurig ich habe zu ihr gesagt sie kann jetzt umziehen und nach Hause gehen sie ist gekündigt jetzt heult sie ja das kann man sich auch vorstellen warum ja ist ja nicht so dass es sehr anders wäre warte Herr Pablo ich bin deinem Mantel kriegst du den? ja gibt's den in deinem Schrank oder was? nein hast du nichts hier drunter? jetzt gibt's den mit dem wirklich und was ziehst du an? wie scheiß habe ich hier drin ey jetzt frage ich mich allerdings auch gerade wie viel Mist habe ich hier drin ich lasse nur das drin was ich auch wirklich nicht gebrauchen kann alles andere nehme ich gerade echt aus meinem spinnt raus guck mal gibt's da irgendwas in deinem Schrank für drunter? kannst du mal bitte schaun? ne da sind Sachen drinnen die haben ein Sternchen bei mir gut und das darf ich halt nicht mitnehmen jetzt müssen wir mal den Taser geben ja 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 achso ich hab noch was vergessen ich bin außer Dienst guck mal ob das da drunter passt macht die Kina immer noch nicht danke hallo zart mach's gut Gisela ja hey Beb Abla hat mir seinen Mantel gesendet ich seh's ich seh's ich seh's ja was hab ich hier eigentlich drinnen oh nice ja Beb du kannst es ja noch drin stehen lassen ja ich lass nein ich weiß aber ich muss es raus ich muss sie raus nehmen oh was macht man was macht man du darfst deine Hände ruhig runter tun hab ich da runter nein jetzt? ja man kann es so weg gehen sie ist gut angezogen ja sieht gut aus ok passt für die Jahreszeit ja na gut ich finde euch einen schönen Feierabend ja ihr auch lass dich es knudseln hm 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 ich knuddel dich komm elva ja es wird trotzdem noch eine Taxi Hochzeit geben das kannst du aber wissen so lange müssen wir das Ding noch halten ne das wird krachen wir müssen es krachen lassen so wer geht mit Schatz wir müssen noch auf Werner warten ach es wollte rummelloses gehen gehen Du, darauf hätte ich jetzt auch Bock, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich habe genug Geld dabei. Oder wir überfallen einfach den Ladenbesitzer. Genau. Wenn ich mit der Maske sehe. Mein Auto ist feucht für gar nichts mehr rein. Was, dein Auto ist feucht? Voll. Ja, ich mach mich mal auf den Weg, ne? Ja. Tschüss morgen. Tschau. Es ist jetzt bei dem Wetter unangenehm zu fahren. Hat eigentlich jeder von euch schon noch eine Einladung bekommen? Ja. Aber dir habe ich ja schon gesagt, dass ich... Warte, es gibt dir eine. Nein, ich habe genug dabei. Kann leider da ja nicht. Ich weiß. Warte mal. Ich habe die auch gelesen im Lager, also. Ist mir egal. Du kriegst eine. Ich habe... Wir haben viel zu viele. Wir haben viel zu viele davon. Ich habe bis ab heute neue gemacht. Noch mal neue? Ja. Wir machen. Wen willst du... Wen willst du einladen? Die gesamte Insel? Mit einem neuen Design, oder? Ja. Das ist so schön, Schatz. Was? Jetzt müsstest du es wieder aufnehmen damit. Es kann nicht so... Ich weiß. Es ist auch voll lieb von dir. Ja, aber sie ist nicht die Einzige. Ja. Wir halten das Ding. Mach doch jetzt darüber mal keinen Kopf. Glaub mal, ich werde es richtig zeigen. Ich habe ab demnächst so viel Zeit. Ich kann so viel Geld erfüllen. Und wenn ich euch damit unterstützen muss für das Taxi, dass es am Leben bleibt. Das wird nicht lange halten. Glaub ich doch. Das wird... Selbst wenn wir die Preise verdreifachen. Das wird nichts. Wenn ich es mein Privatautogeld lackieren lasse. Das können wir ja auf Sportwagen fahren. Wie renten würde ich dann Privatfahrzeuge als... Ein bisschen privat? Ja, deswegen. Dann hast du ein Gewerbe. Dann kannst du Autos benutzen, wo du willst. Hm. Und wenn ich mir das Autogeld lackieren lasse. Wenn ich euch hier unterstütze, dann ohne dass ich was verdiene. Sag mal so, ich habe in den letzten Monaten so viel Geld eingenommen. Das sind gerade echt viele Hiobsbotschaften, die auf einen Einpasseln. Ich hoffe echt, dass Freitag der Knaller wird. Das wird der Knaller. Ja. Das stimmt. Ich wäre ja auch gerne dabei. Ich hoffe, dass wir bis Freitag das Hochzeitskleid und alles bekommen. Mhm. Faye ist vorhin mit dem Kleid weggelaufen, glaube ich. Mhm. Ein schwarz-rotes, oder? Ja. Ich weiß nicht. Doch. Keine Ahnung. Ich habe sie danach nicht mehr gesehen, nach der Besprechung. Ja, ich habe sie auch gemacht. Ja. Ja, ja, ich habe die Lampen kaputt. Ja. Ich glaube nicht, dass ich schon fläte. Also ich würde auf jeden Fall irgendwas machen. erst mal reparieren dann bin ich da bei mir am haus der garage oder den muss ich noch abmelden nein hier du darfst nicht mit hallo geht mit ich kann es ganz schnell anscheiden warte jetzt habe ich bock ja gibt es mir ja ich habe mich ja schon angelegt also wenn es die hose aus der bis drei davon aber ist sie die hose nicht aus weil es könnte sein dass du angst kriegst und am schluss zu mir papa sagst das noch mal funktioniert am schluss hat er noch zu mir ich habe keine nummer ist mir aufgefallen 2 4 0 2 3 2 2 4 0 2 3 2 hallo das geht nur punkt 1 hier auf der erst zwei stunden gehen hola ich würde mal sagen so wie das wetter ist ja ich habe eine nummer ist das stimmt wir lassen das worten ist gar kein thema ich habe eine taschenlappe damit wäre ich nicht aber die tun ist weh ja jetzt hau mir das ding bitte mit uns ist wer will alles mit zum psychologen also ich psychologen ich habe ja was war ich hätte jetzt lieber in baseball schläger ist wer nicht der psychologen kann ich dir besorgen er sei aber ich bin mir nicht sicher ja dann besorgen wir uns mal im baseball schläger das ist die bessere lösung geil gleich schieße ich dir einen platten ach ja ok ich mach mich dann auch mal ab machen wir zum md ja ja lass uns mal jetzt hier weiter im regen rum spielen mhm jetzt findet die man den schickt ok 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 Ne, wie kommt es jetzt zum MD ohne Kopfschmerzen? Ne, der fährst jetzt links oder rechts? Oh ne, ich merke es schon. Ja, bis vorhin Kopfschmerzen bekommen. Hier steht mal sein Auto. Da ist roter Park. Dann pack doch da, hier in der Straße, genau. Aber auf der anderen Seite ist alles weiß. Ich park hier auch immer. Ich kann auch einfach meinen Unterboten anlassen, Schatz. Dann sehen Sie nicht, ob es rot ist. Nein. Die wissen, dass das rot ist. Wissen die das? Ja. Ja. Bin ich froh, wenn ich dort raus bin. Glaubst du mir das? Mhm. Oh, Schatz. Ganz ehrlich, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Hm? Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Was? Als beim Taxi. Ich möchte nicht ins MD. Nein, Schatz, wir kriegen das hin. Ich helfe euch. Sie können uns das doch nicht einfach zum Gewerbe umwandeln. Das geht nicht. Ja, Schatz. Wir kriegen das zusammen hin. Lass uns jetzt mal abwarten, wie die nächste Gespräche ausgehen. Wenn du dir jetzt deinen Kopf machst, dann jetzt Freitag gar nicht schön für dich am Schluss. Ja, ich weiß. Lass uns mal hier warten. Lass uns mal hier warten. Lass mich rutschen. Ich schreib noch schnell, dass wir am MD sind. Ja, ich hoffe, dass er noch hier ist. Er war genauso geschockt. Jetzt weißt du was? Ich mach's schon. Am 5. macht, äh, ein Friseur auf. Okay. Mhm. War das nicht gerade, Werner? Also denn, ich muss wieder nach. Ja. Ja, du sollst nicht ficken. Hey, Freunden. Markassen, Mr. Fress. Ja, ja. Nie so schlecht. Hi, Werner. Wir sind gerade direkt am Eingang vom MD. Hä? Ja, ich glaub, du bist... Du bist, glaub ich... Ja, dann bist du an uns vorbeigelaufen. Wir saßen hier in der Ecke. Wir sind hier... Da. Ja, wir müssen hier definitiv flexen. Sonst hab ich hier keine Ruhe. Ja, ist okay. Okay? Ja. Äh, wir treffen uns am Taxi. Machen wir. Bis gleich. Hm? Wir treffen uns am Taxi. Will er nicht hierbleiben? Nein. Er hat hier keine Ruhe. Ist doch wohl klar. Hier hat er Arbeit. Stimmt. Hallo, Mark. Warte. Ja. Hallo, Marek. Ja, hallo. Also... Wir auch? Äh... Wir noch nicht. Okay. Aber... Ich sag mal... Hallöchen. Nein. Ich weiß, dass sich da Leute auf jeden Fall für einsetzen. Und auch nach jeder Kleinigkeit suchen, dass das nicht so ist, ne? Okay. Was? Dann... Danke ich euch schon mal dafür. Gerne. Das hab ich jetzt nur gehört. Das wissen nur wir. Ja. Perfekt. Aber dafür danke ich euch nochmal. Danke euch. Gerne. Gerne. Wir sehen uns spätestens ja wieder am Freitag. Du wirst ja auch kommen, hoffe ich. Ja, wenn ich darf, natürlich. Hast du noch keine Einladung gekriegt? Du bist eingeladen. Achso. Ja, doch. Stimmt. Stimmt. Stopp. Doch. Das gesamte DOJ wurde eingeladen. Genau. Ja, wollte ich grad sagen. Richtig, richtig. Ich hab dich vergessen. Bis auf eine Person, genau. Ja. Das hab ich auch mal im Hinterkopf. Ja. Richtig. Gut. Ansonsten hätte ich noch eine da gehabt. Sag ich schon mal danken von Herzen, Marek. Für die gute Nachrichten. Und spätestens sehen wir uns am Zeitag. Ergebnis offen, ne? Aber du weißt Bescheid, ne? Ich weiß Bescheid. Alles klar. Okay, große. Dann danke ich dir. Hab dich gut, ja? Ach du Scheiße. Oh, was ist denn hier los? Oha, okay. Der überfährt gerade alle mit dem... Echt, oder sah das nur so aus? Es sah so aus, dass die Leute überfährt mit ihm. Wir haben einige wahrscheinlich ganz schöne Kopfschmerzen. Ja, sie sehen wirklich so aus. Oh ja. Okay. Wir gehen hier weg. Ich wünsch euch was, ja? Ja, passt gut. Wir sehen uns spätestens Freitag. Tschüssi. Ciao, ciao, Bruder. Wo ist die Goscke? Ja, hallo. Oha. Oha, die Nachricht befreit mich gerade. Ehrlich? Was denn? Was denn? Ja, die gucken, dass jeder kleinste Fehler, was in der Verhandlung passiert, für mich spricht. Oh mein Gott. Das ist echt beruhigend. Das ist echt beruhigend. Also das DGJ hat mich ins Herz geschlossen, glaube ich. Das ist so beruhigend gerade. Wow. Wow. Wirklich. Wow. Also, das ist schön sowas zu haben. Mach scherz, ich geb dir gleich beim Taxi mal den Schlüssel vom Tail, geht ja. Okay? Okay. Dann musst du ihn kurz einparken, weil guck mal, meine Scheibe. Ja. Die ist doch in Ordnung. Nee, die Scheibe der Fahrerseite ist runtergekurbelt. Ach, ja. Ah, ja. Es klemmt die? Ja. Okay. Boah, ich glaube, ich fahr... Nicht doch, der ist doch nicht Richtung Würfelpark. Nee, ich fahr unten am Würfelpark mehr die Brücke, wenn die gerade schon da oben... Ach so. Ja, stimmt. Und jetzt ist da oben dann noch das Blaulicht an. Es gibt noch... Auch wieder wahr. Ja, einigermaßen, ja. Ja, nicht so schlimm wie gerade auf dem Helm... Äh, äh... Aha. Es wären ja jetzt schon auf dem Weg. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Wir werden aber reingehen. Muss ja nicht jeder hören. Kannst nicht gleich. Oh. Warte. Langsam. So. Oh, da hast du keinen Schl... Ah, nee. Ich hab keinen Schlüssel. Uh. Ja, du kannst ja noch keinen Schlüssel haben. Nee. Okay. Und dann hat der noch jemand anderes. Mhm. Okay. Jetzt hast du ihn. Ein Parken Tailgater. Ausparken Tailgater. Ah. Jetzt nehmen wir das Design wieder oben. Mhm. Danke Sancho. Der kann ja kurz hier stehen bleiben, oder? Klar doch. Boah. 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 Ist das ein... Ist das ein Sturm? Uh. Ja. Du sagst, darf dir mal den Arthauen? Ich. Das auf andere Gedanken bringen? Sollen wir mal kurz ins Büro? Kasse. Was denn? Was denn? Oh. Da, komm. Kommt der doch. Siehst du? Dafür haben wir dann doch keine Zeit mehr. Wo hat der so ein Auto her? Er war Chef von NMD? Also... Ist für ein Schlüssel davon. Ja, warte kurz. Ich mach nur schnell zu. Warte kurz. Hallo Lena. Hi. Lass uns... Lass uns... Lass uns aber bitte einmal reingehen, bevor wir nass werden. Ohren kommen, wo das nicht hören soll. Ja. Das ist jetzt der Stand. Und wa... warum? Äh... Man hat uns... Der Gouverneur hat es so angeordnet. Der Gouverneur hat es so angeordnet. Das? Ja. Man hat uns nicht wirklich einen Grund gegeben. Anscheinend seien jetzt die heutigen Bonuszahlungen zu hoch gewesen. Und deswegen hat man jetzt beschlossen uns, äh... ja... zu einem Gewerbe zu machen. Also ich sag mal... Ich sag mal... Den Grund, was Mama glaube ich nur gesagt bekommen hat, ist... Der Gouverneur... Der Gouverneur hätte das so entschieden. Dass das jetzt aus... staatlich zum Gewerbe gemacht werden soll. Gut, aber das heißt letztendlich für mich... Das Taxi verdient genug, dass es sich selber fahren kann. Nein. Und das tut es nicht. Das ist ja... das wissen die ja nicht mal. Die wollen ja jetzt erst mal von Mom einen Umsatz bringen. Wie viel Umsatz die überhaupt machen? Wir haben jetzt diesen Monat 200k verdient im Monat. Ja. Wir haben Fahrten von 70 Dollar bis 350 Dollar. Ja. Rate mal, wie viele Fahrten davon am meisten sind. 70. Ja, bis so knapp 130. Eine Fahrt. Davon müssen wir Steuern zahlen. Die Pacht bezahlen. Die Leute wollen ihren Lohn bekommen. Wir müssen auch die Kfz reparieren. Und wir müssen tanken. Willst du es von den... Willst du es von den... Willst du es von den Lebenden nehmen? Wir müssen die Preise sowas von ansteigen lassen, dass wir uns finanzieren können, dass keiner mehr Taxi fahren will. Was glaubst du, warum so viele Leute ihr das Taxi rufen? Weil wir so günstig sind. Ja. Ja. Das ist aber dann die Konsequenz darauf, dass keiner mehr Taxi fahren wird. Genau. Ganz genau. Das heißt, eure Jobs sind dann hinfällig. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich erinnere mich nur an die Preise damals in Texas. Eine einfache Fahrt. 2500 Dollar. Von, ja, knapp so vier Kilometer. Ja. Und ich möchte... Und bei sowas wird niemand mehr Taxi fahren. Einfach niemand. Immer ganz kurz eben. Die Leute haben besser Geld verdient. Ja. Ja, es gab da halt regelmäßiger den Paycheck. Auch wenn der halt nicht so hoch ausgefallen ist. Ja, aber die sind wahrscheinlich schneller Geld gekommen wie hier. Ja. Insgesamt hast du in der Stunde einen Paycheck von 1200 Dollar gehabt. Hier hast du 500. In der Stunde, ja. In der Stunde, ja. In der Stunde, ja. Ja. Ja, Rai-Dy. Gut zurück. habt ihr auch das problem dass die spinne wieder aufgehen haben wir noch nicht geguckt wir haben das okay dann sind wir uns mal anschließende kommt wieder der ist wieder offen im tsa wurde entwendet ein taser jetzt sind gerade zwei aus reihe zu euch gelaufen das wüsste ich gerne dann habe ich das gesagt ja dann machen wir das ja ich bin gerade nicht da ich komme das ist aber das problem weiß dass die scheißspinne einfach wieder aufgehen du kannst die 50 mal abschließen ja ich komme dazu wollte gerade schauen gehen die tür ist abgeschlossen ja wir müssen die rufen kommen zu mir ist gleich bis gleich bis gleich oder später oder so genau ja 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 ich lasse dich raus bitteschön danke du musst du bleibst hier es ist alles abgeschlossen jetzt gibt es den mantel eigentlich bei euch im schrank nein den hat sich pablo selbst gekauft warum gibt ihr mir den dann einfach die tür ist zu auch zu gut sehr schön es kann nicht fahren wie kannst du nicht fahren ach ja du hast den schlüssel ja warte ich weiß auch nicht wo die so ich musste gleich wieder aufmachen noch kleines stück schatz ja so was machen wir jetzt was machen wir jetzt ja probellose spielen gehen probellose spielen ja warum nicht hier war doch einer schon der hat keine oh ok weil der privat ist der hat sich keine ach so die müssen staatlich sein nein die müssen das im sortiment aufnehmen aber hassan hat nur die für 1000 dollar ach so aber der hier ist wenigstens staatlich ja gut vielleicht haben wir ja glück probellos ich hab 3000 dabei 3500 ach komm was soll der scheiß was soll der geist was hab ich zu verlieren schatz musst du nicht ich hab genug 200 100 100 100 na 100 100 100 100 100 Jetzt habe ich schon mal 1000 zusammen 100 100 200 200 100 200 200 100 100 200 200 Also ich habe 4,5 gemacht. Ich bin jetzt bei 2500 und ich habe noch 15 Robelose. Ich habe jetzt wieder 4 Cs. Ja, ich habe jetzt meinen Gewinn auch schon vieler. Warte. 3,3 Alles klar. 1,2 1,2 Das war schon mal.. Was? Ich habe Plus gemacht jetzt. Aber nur durch dich. Alles gut, babe. Man macht es ja nicht jeden Tag. das ist richtig und das letzte ok 4,6 ich sag mal so ich habe 250.000 auf dem konto ich habe heute von aiden 47.000 bekommen obwohl ich gedacht hatte ich hätte ihm nur 30.000 gedient hat er mir 47 gegeben 24 100 200 100 100 100 100 0 ich habe jetzt wieder von 5 ja 2412 oh mein gott das ist guck dir mal den preis an schatz 24 12 21 ganz ehrlich ganz ehrlich ich nehme einen mit gerade wegen dem preis ist das irgendwie schon cool oder ja ich nehme mir einen aber einer reicht ja für uns ich bin nur gespannt wie das dann ab wie das wie das wie wir das dann machen wie meine ich da wie du das öffnest ja also ich glaube wahrscheinlich ja höchstwahrscheinlich erst am 1. dezember ja genau ok wo ist das hier irgendwo in die lektronamen oder nehmen ja mirror park ja das würde ich wissen dass das nur den funk riecht direkt hinter uns alter der schlittert aber ja du hast gar nicht das auto gesehen mit was ich heute mittag unterliebst ja hm hm hab ich nicht meine witte schon zu sitzen mit hinlegen ich weiß es gibt nur noch das neue funk gerät für 650 genauso teuer wie ein handy habt ihr funkgeräte im schrank ja das einfache band ob ihr funkgerät ausgetauscht würde sollen wir noch mal hin mal kurz das dj anrufen ja also war jetzt die nummer die mich angerufen hat die von toni oder war das war das der von der city ist wahrscheinlich kann ich mir auch vorstellen sie früh morgens aber was sollte der von dir und frag mich nicht frag mich nicht ich habe nichts mehr mit ihm zu schaffen ich habe nichts mehr mit ihm zu schaffen schatz ich würde ihn doch nicht mal mehr mit der kneifzange anfassen ich glaube meine frau hat den richtigen hier ist equipment equipment ja wir haben auch nur noch 100 dollar ne oder doch 100 dollar das wie funk 2 cool 2 für 100 dollar dürftest du mir das jetzt geben eigentlich ich muss gerade mal gucken ich kaufe mir mal eins es hat keinen stern damit ist es freizugänglich wir haben wir haben auch funkgeräte mit stern ok ja aber dann noch von früher wahrscheinlich oder aber weißt du was das funkgerät das packe ich mir erst mal in den rucksack weil keinen bock habe irgendwie mal arbeiten mit kopfschmerzen oder so ohnmächtig zu werden bei notfalls an die aufzuwachen und dann ist es nicht mehr da dann habe ich dann dann gehe ich lieber hier ran und holen mir neues als ja für 100 dollar das ist kannst du echt nicht sagen kannst du echt gar nichts sagen ok wofür war das jetzt schatz ich habe gerade meinen lohn also mein paycheque nie mehr ohne dass nie wieder nie wieder du bist mit allem und das ja es ist gerade nur bella steht gerade recht von abgrund das passiert nicht bevor das passiert tja das wirst du machen es ist einfach echt scheiße gerade bella hat richtig geweint ja wenn ich mir vorstelle das ist fast jetzt ein jahr wo sie den laden hier hat ja wo sie die widerschaft hat ja ja warte ja sie haben mich doch an hier warte kurz jetzt hat er gerade wieder jetzt hat er mir eine sms geschrieben warte kurz ich rufe dir mal an mal gucken wer das ist stimmt ein bewerber kann ich mir nicht vorstellen jetzt drückt er mich weg hier ist jetzt drückt er mich weg also das ist frechheit jetzt na mal sehen ganz ehrlich ich ich Vielen Dank. Vielen Dank. Alles spätestens am Freitag. Ich hoffe es. Doch, ich glaube schon. Das wird unser Tag. Hm, auf jeden Fall. Wäre schlimm nach so einer Planung und so jetzt. Marin, vergiss es. Vergiss es. Ich gebe das nicht auf. 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 Nee, oder? Doch. Ich fand doch noch vorne. Wieso? Hase? Was ist mit dir los? Warte. Den rufst du an? Oskar. Okay. Mit der Stimme? Der ist mit ihm verarschen. Oh. Ach, wenn der Typ nicht rangeht, dann hat er Pech gehabt. Meine Güte. Kann der Stimme anrufen? Du? Er nimmt ja nicht mal ab. Er drückt mich ja weg. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich Ilva Svensen bin. Er ist mit ihm. 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 Ganz ehrlich. Dann hat er gelitten. Er ist mit ihm. 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 den Weg gehen kann. Von ihm. Er ist mit ihm. Er ist er mit ihm. Er ist mit ihm. Ohnen wir. Er sind in ihm. Der давайте. Er lebt zwischen ihm NeinMache. wöchentlich ausbezahlen ja aber dann hast du da einen fabio martini der der quasi 24 7 arbeitet den bezahlst du hier willst du so einen ausbezahlen und dann hast du einen kiel auf celius der kaum da ist denn aber genau das gleiche bekommen könnte das rang system jetzt noch geben das rang system ja aber nicht das gehalt system das kannst du dann nicht mehr halten können aber ich meine wie bezahle ich die leute dann was fange ich mit welchem gehalt sowie das rang system kann das rang system kann auch so bleiben das ist klar aber das gehalt system das muss eins bleiben das muss eins sein ansonsten kannst du kriegst du das nicht gewuppt man müsste man sagen das verdient jeder das gleiche wie jetzt was mit trinkgeld und so eingeht trinkgeld dürfen wir sowieso schon immer behalten ach du kannst ja eigentlich gleich auch schon ein licht reparieren lassen das war noch gar nicht das war noch gar nicht drüben also im gegenwärts bin ich da also im in dem wasser in dem mann wird sie einen auf bimmelzeiger park oder was also in der hose an also im gegensatz zu mir habe ich 188 stück halt die schnauze der blöde parkwestfahrt mein auto einfach geklaut ich bin da so eine tochter hat sich beschwert warum weil ich so weil ich hier die wahl ins gesicht gesagt habe wo ist denn meine mama braucht mit der geld oder was das und abgabe ich kein Geld aber auch er hat hier ich bin so einiges in der pappel der gegründet die zu derzeit der pappel gegründet der gegründet mit zwei stunden schlagen er hat nö die hat mit einem von der zoller tassen so wird durch das spiel Schau mal bitte, wo der Drafter steht, ich hab ihn verloren. Ach, deswegen kommst du wieder vorbei, ah ja, ich verstehe. Ja, das kann mich an so einige Sachen nicht mehr erinnern. Was ist passiert? Sollst du jetzt mal einen auf den Futterlook hauen, warum bist du auch immer so komisch? Dann die Zähne mal wieder gerade sind dritten. Es hat Zahnsmerzen und hat mir auf die Zunge gebissen, also deshalb muss ich jetzt lispeln. Ja, lange kann ich eh nicht bleiben auf der Hochzeit. Ich auch nicht. Und am nächsten Tag klingelt um halb sechs sehr wecken. Alles okay. Hm? Was soll das? Nein, nein ging nicht um eure Hochzeit. Ach so. Ach ja, deine Tochter heiratet ja auch, ne? Ja, ja, also Ronny will grad zugesteckt. Ries da, Ronny, wenn die heiraten hat, komm mal noch freis auf, ne? Du weißt aber von nix, ne? Die will ich selber erzählen. Ja, ja, sie hat mir schon gesagt, hat geschrieben, dass sie was für mich hat. Ich hab's, also ich hab's aus der, ähm, Dings vom Tablet, weil sie auch eine Limo gemietet hat für den Tag. Ach was? Okay. Mal gucken, ob das überhaupt noch realisierbar ist. Was? Naja, ich bin mal gespannt, ob sie mich fragt, wie ein Tochter. Ja, Taxi wird zum Gewerbe. Taxi wird zum Gewerbe. Ernsthaft? Ja. Vorhin war, äh, Sawyer May da, dann noch ein paar andere von der City. Ja, hat der Governor so angeordnet. Okay. Hm. Jetzt war's nochmal langsam, langsam. Was hat der Governor angeordnet? Der Governor hat angeordnet, dass das Taxi ein Gewerbe wird. Wie, wieso steht der in der Mirror Park, Herr Waschel? Danke. Steht der dort? Ja. Ja. Ja, dort hab ich sie nicht das letzte Mal eingebracht. Die hat das verdient? Die hat das verdient? Ich glaub, mit Platz gart der Arsch. Was ist los, Ilva? Ich hab die... Dieses Arschloch. Hat sie gesagt, dass Bella das verdient hat, dass das Taxi gewerblich wird? Ja, aber... Ich versteh ihn gerade nicht. Du musst dich mal aufklären. Zoya. Zoya May war vorhin da. Die City war da. Ja. Wir haben mit Bella gesprochen und es wurde jetzt entschieden, dass nach und nach jetzt das Taxi zum Gewerbe umgemünzt wird. Wir kriegen... Wir können das nicht mehr halten können. Wir wird es... Das Taxi wird untergehen. Ja, Ilva, das wissen wir ja nicht. Verstehst du? Das wissen wir nicht. Das Ding ist, wenn ihr gut mit den Geldern umgeht, dann könnt ihr das auch halten. Nein. Nein. Hört es nicht. Nein. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ihr jetzt habt. Wir haben aktuell neun. Wir haben... Ja. Und wer bezahlt die Gehälter? Wer bezahlt die Reparatur? Wer bezahlt die Steuern? Wer bezahlt die Pacht? Wir haben im Monat gerade 200k eingenommen. Mehr nicht. Ja. Und selbst wenn wir die Preise auf das Dreifache erhöhen, das wird nicht funktionieren. Aber ganz ehrlich, da kann man auch mit Ronny den Zwecksreparatoren. Das ist nicht das Problem. Ich glaub nicht, dass Ronny da jetzt irgendwie... So ein... So ein Kommentar von Specky gerade, der hat... Das hätte er sich gerade echt sparen können. Hat er sich gerade echt sparen können. Ganz ehrlich. Wir sind gerade echt alle am Boden zerstört, weil das... Na gut. Ja gut. Wir kennen die Hintergründe nicht, ne? Warte mal eben. Brand? Nein. Mit dem rede ich nicht mehr. 500. Nein. Das ist Standardpreis. Egal wo du du kaufst, ist es Standardpreis. Also runter geht auch nicht, weil das auch ne Haienarbeit ist tatsächlich. Ja. Alles gut. Kein Problem. Schönen Abend noch. Ciao. So. Äh, nein. Wir kennen die Hintergründe nicht. Deshalb bin ich jetzt auf dich zugekommen und wollte mit Gericht. Weißt du? Ja, aber dann braucht er sich so einen Kommentar nicht geben. Ganz ehrlich. Er kennt die Hintergründe nicht, aber Bella hat es angeblicher verdient. Ist klar. Ja, er hat das doch nicht groß gemeint. Ne. Ganz ehrlich. Dann hätte er die Klappe halten können. Jetzt hat er nicht den Gewalt nicht im Bösen gemeint. Ist mir scheißegal. Er hätte die Klappe halten können. Oder wollen wir? Oh, könnt ihr euch nicht irgendwelche Zuschüsse von der City holen? Nö. Wird nicht mehr. Das wird alles gestrichen. Das ist natürlich kacke. Wir werden ja ein Gewerbe. Wir kriegen keine Zuschüsse mit einem Meer. Nix. Wir dürfen uns dann quasi alleine halten. Dann komm erst mal in die Begründe. Und wenn die Preise... Wir müssen die Preise ja anheben, damit wir das alles ja halten können, dann wird niemand mehr mit uns Taxi fahren. Oh, das ist quasi erhöht. Doch. wir müssen die preise so anheben dass das unmöglich ist dass das andere noch mit uns fahren es wird nicht mehr so sein das taxi wird untergehen ich weiß nicht was sich der governor dabei gedacht hat aber das war echt der sargnagel ja ich denke aus heuer wird jeder ein reinkommen ich weiß nicht aber es kann also der governor hat gesagt dass das so ist kommen wieder mit rein müssen nach so einer röse ist mir scheißegal ich gehe nicht mehr zu diesen idioten immer kommen mit seinem krank sein auf seiner hofzeit also ich gehe wieder rein wenn wir mit echt langwand frisch und ich fühle mich schon ein bisschen nass ja dann nehme ich meinen regenschirm ist mir egal nein ich gehe nicht zu dem du brauchst du nicht mit ihm zu gehen nur jetzt rein aber ich gehe wieder rein kannst du kannst du ist mir egal mir scheißegal ich gehe nicht rein ich gehe nicht zu dem idioten er hat das nicht böse gemeint warum sie das gesagt hat er hat gesagt gerade eben dann kann mama wenigstens mal entscheiden wie sie es haben will und muss ich für den start nicht mehr bücken ja das taxi wird untergehen ja das habe ich ihm auch gerade gesagt er hätte sich diesen spruch gerade echt drücken können er hätte einfach das maul halten können ich mag ihn nicht ich mag ihn nicht ich war der braucht auch nicht bei der hochzeit ankommen ist mir scheißegal so einen spruch nach so einer nachricht ich weiß ich weiß es kann nichts dazu dass er den gelassen hat nee das dafür kannst du nichts aber der ist mir jetzt ganz ehrlich ich weiß wir haben so gekämpft wir haben so gekämpft und dann wird man uns sowas rein drücken jetzt weiß Das ist aktuell alles behindert, was die machen wollen. Ja. Jetzt hat der da auch noch einen Eimer drin. Ich bin gerade ein bisschen zu emotional, ich weiß. Alles gut, Schatz. Vielleicht reagiere ich auch gerade ein bisschen über, aber das hat einen Grund und da muss man nicht so einen scheiß Spruch drücken. Ich weiß. Wir kriegen das hin, Will. Da ist er weg. Jetzt können wir wieder rein. Er ist verspunden. Ja, Gott sei Dank. Ronny hat den auch gerade angemeckert. Hallo. Mein Auto kauft eine rote Birne. Eine rote Birne? Ja, die ist kaputt. Vorne an der Beifahrerseite. Ja, fahr mal rein. Hallo Tessa. Hallo Josi. Hallo. Weiß Satin. Hast du kurz Zeit? Wofür? Weil ich da? Ja. Vor welchemoll. Der schlaue der. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach Elva. Ja was denn? Nicht rein, das bringt auch nichts. Das ist aber gerade scheiße. Kommt einfach ein Idiot da rein und sagt, das Taxi wird jetzt zum Gewerbe. Ja, aber dagegen kannst du auch nichts machen. Boah. Ihr werdet finanziert, ihr werdet unterstützt. Und jetzt auf einmal kommen da so drei Hanseln rein, die jetzt einfach das ganze bestimmen. Ganz ehrlich. Ja, aber ändern kannst du auch nichts. Ach ja, ach ja. Genau, hau Pablo. Also nicht das Takt, nicht das Auto. Richtig. Ach ja. Sie hat nur die Hose hier. Boah. Geht doch mal zur Seite bitte. Ja genau, trete. Jawoll, ist klar. Ja genau, trete. Jawoll, ist klar. Ja genau, mein Name ist Ronny, dass Arzt den S weggenommen wird und dass das wieder startet wird. Boah Aldi ist sehr frickel. Ja Chris? Mikrofon muted. Mhm. Boah. Ja, Schaub. Ich bin aber nicht der erste Fall, ich bin aber gut. Klappe mein Spitz. Mikrofon activated. Klappe, tunen? Uh uh, ich gehe gleich wieder ans Spitz. Ja. Bleib nicht lange rum. Ich gebe mal was hier zuerst. Bleib mal kurz. Willst du mal bitte kurz? Mach mal bitte kurz. Mach mal bitte, ich gebe dir gerade zu, wenn du aus. Ich hab's dann geflüss. Dann fahr mal zum Würfelpark, da ist Highlife in Dosen, direkt Kopfschmerzen. Ich hab vorhin auf dem Weg zum LST dreimal hintereinander Kopfschmerzen gehabt. Musst du Taxifahrer abholen? Ich glaub, der ist lebt. Meinst du, dass Pablo mich grad träumen kann? Ich hab vielleicht mein Hochzeitskleid. Okay, das ist doch schön. Fail light mir eins. Das ist doch schön. Ein Grün. Ein Grün? Mhm. Minzgrün. Oh. Okay. Mhm. Also grün wär nicht meins. Also grün sah echt toll aus. Aber ich find das weiße, wäre doch am schönsten. Ja, natürlich. Weiß ist halt klassisch. Oder das rote, was Caroline damals erwartet. Das kenn ich nicht. Aber sie hatte halt so ein richtig mintgrünes. Mhm. Das sah so toll aus. Ja, ist doch schön. Ich meine, die City hat ja trotzdem noch, will sie sich ja trotzdem noch mit mir treffen. Und mal gucken, wie die anderen aussehen, aber es sieht echt schon toll aus. Ich hab fast geheult, als ich das gesehen hab. Ja, ich schau das mal an. Mhm. Ach, ja. Ich glaub, ich geh leider schlafen. Ja. Ich geh jetzt gleich wieder schlafen. Ja, mach das. Mhm. Ich bin immer so K.O. Aber du hast zufälligerweise keine Lust, der Frau noch mein Auto zu tun? Ich geh jetzt gleich schon wieder schlafen. Ich tun heute nicht. Ach. Ja. 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 Scheinmal bin ich hier auch nicht mehr gut. Mhm. Was soll ich? Ja. Mhm. 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 Wie Но. Hans war ruhig, näher, auf Hay Hayungen und da sind... Hm. ...uch, na ja... Hey Mannes. Hey�� consisting. Hi Brüderchen. Hi. Hi. Hang mal nicht da drunterב nachали Teufels zu machen oder... Äh... Oh, Moment. Hi Brüderchen. Hi. Hi. Ich bin grad oben in Harmony. Ja. Dann müsste ich nur kurz Pablo Bescheid sagen, dass er mich runterfährt. Ich würde mich sehr freuen. Okay. Wie viele passen da rein? Lass mich kurz überlegen. Zwei vorne. Zwei, vier, unten. Ich denke mal so an die sechs Leute. Sieben? Ja, das passt ja. Ich kann das Problem mitnehmen. Okay. Ja gut. Bis gleich, wir sind am LSC. Alles klar. Dann hol ich euch ab. Aber natürlich. Dann bis gleich. Ja. Ich werde wohl noch Limo fahren heute. Und du? Mhm. Mein Bruder hat gerade eine Limo geordert. Ja. Na gut. Eigentlich muss ich mal meinem Schatz Bescheid sagen. Ja. Okay, Tessa. Mach's erstmal gut. Ja, du auch. Mach dir nicht so einen Kopf. Mhm. Ja. Das war erstmal heute ein ziemlicher Schock. Glaub ich nicht. Mhm. Ich fahr jetzt erstmal eine Nachtführung. Ja. Genau. Dann mach's mal gut, ne? Ja. Ja, du auch irgendwie. Ja, mach's gut. Tschau. Oh, sie kommt. Ja, Schatz. Könntest du mich einmal zum Taxi fahren? Okay. Ähm. Was ist dort? Werner möchte gerne eine Limo buchen. Ich will mitfahren. Du kannst mitfahren. Was kosten die Limo eigentlich? 2,5 in der Stunde. 2,5. Äh, 2,5. Ähm. Lass mir dann Bescheid, wenn die Limo gebucht wird für Aleister und Simon, dann bezahle ich das, ne? Das ist am 10. Ja, sagst du Bescheid, was das kostet, dann mach ich das. Ja, klar. Kann ich machen. Ja? Alles gut. Oder ich kann das demjenigen sagen, der die halt fährt. Ja, bitte. Die rechnen auf mich, dann geht nicht auf die. Mhm. Ja. Alles klar, mach ich. Richtig aus. So, Chip ist angeschlafen. Ja, hier sind wir noch schneller unterwegs. Oha. Und so, ich, ich hau mich wieder hin. Ich mach den Platz zu tun. Und, äh. Ja, ich mach den Platz zu tun. Es wird eh nicht gebraucht. Also, ob man ja auch schlagen muss. Gar nicht wahr. Ist das eh nur ich mich zu tun, Mensch. Weißt du gar nicht. Ich hab dir angeboten, mein Auto zu tun. Was für Pablo? Der kann frut. Wenn du gesagt hast. Ja. Das enthält ich ihm jetzt mal gleich in Frachtbrügel verteilt. Dem Specki, weil er so frech ist. Komm mit meinem Tettibär und ja, mit dem Arm anmachen. die maske ist sehr sehr geil sogar ich will werden nicht so lange warten lassen der sitzt am lmc lsmc danke wir sehen uns morgen ronnie ja schönen abend nach pablo schlaft gut ja transformieren ja immer immer gucken wir erst den drafter und dann träume ich von dir heute kratzer ich zieh mich schon mal im auto um was denn jetzt ist ja noch sechs kammer schneller geworden das geld habe ich ja heute von dies dafür bekommen welchen chip hast du jetzt reinbauen lassen 4 3 war schon drin 242 du kannst aber mit fahrern hat werden er schon gesagt oha geisterfahrer oder doch nicht ich habe gerade ich gedacht mir kommt ein auto mit roten licht entgegen ich auch deswegen aber ohne aber ohne vordergrund licht ja super 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 muss ich jetzt noch mal in den dienst fragen ob im zweiband da ist noch ein schmerzmittel bringt das kann ich dir doch aus dem taxi geben ja weil ronni hat mir gerade zwei stück gegeben weil er das auto schlagen wollte ich weiß ich habe es gesehen der andere jetzt noch mal was zu dir gesagt eigentlich specki nein ganz ehrlich ich wäre fast explodiert gerade was für was hält er sich hat keine ahnung haben schon so ich muss mich ja nur ein stempel hallo gisela noch mal was geht ab ich bin sehr traurig es muss bei dir weg ok so tut das nicht wie mit deinen hohen schulen schatz ich bin das schon gewohnt ich bin das schon gewohnt stretch im wo wir nehmen die und man eh dieser wendekreis ein bisschen weiter rüber der bei dem wetter limo fahren werner bist du dir sicher nicht mehr noch kurz werner bist du mir dass du mir interesse dir Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, da steht er schon, oder? Nee, in der Lounge, glaube ich, hatten sie gesagt. Die wollen ja auch nicht nass werden. Oh, ich hab gerade gedacht. Ich hab ihn Gott sei Dank gehört. Soll ich schauen gehen? Warte. Ja. Warte kurz. Ich ruf ihn an. Hi, Werner. Wir sind jetzt gerade vom Krankenhaus. Ja, LSC sagte ich vorhin. Ach, LSC. Ach so, entschuldige. Gut, ich bin gleich da. Bis gleich. Bis gleich, ciao. LSC. Das hatte ich dann etwas nicht gehört. Ja. Komm vor. Okay. Warte. Warte. Ah, geht's. Geht, geht. mit dicker Luft und so. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, ich komme da durch. Ah, da. Ah, eins, zwei, drei, vier. Hallo. Von wenigstens dachte ich auch gebrät. Das ist nicht gut. Na, aber natürlich. So, sind alle drin? Hallo. Hallo. So. So, wo muss er hin? Wo möchten sie denn gerne hin? Ich muss, äh, ich glaube, die Leute müssen etwas lauter sprechen. Ich höre sie hier vorne nicht. Wir haben auch nichts gesagt. Ach so. Hallo Dante. Okay. Hallo Eva. Wir sitzen noch mit vorne drin. Pablo. Pablo scheint, äh... Das ist so positiv. Pablo, denk dran. Es will was anderes. Du kriegst aber nichts anderes, du kleines Lampe. Hahaha. Hahaha. Du kleine Winz. Hahaha. Oh Mann. Hahaha. Und wenn du das jetzt essen tust, was du jetzt gekriegt hast, hast du Beste hast, du kleines Lampe. Hahaha. 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 Hallo Dante, du sitzt ja neben mir. Na du? Eigentlich wollte ich ja da sitzen. Der hat sich einfach vorgedrängt. Hahaha. Ja, sollen wir kurz tauschen? Nein. Nee. Boah, Dante. Ich lieg mich einfach bei Dante drüber. Ich lieg mich einfach bei Dante drüber. Alles gut. Ist kein Problem. Der Fußraum ist groß genug. Du kannst dich auch mal kurz vor den Werner knien. Oh, shit. Hase. Da würde ich ja direkt vor den zwei Richtigen knien, ne? Gibt es so die Möglichkeit, den Staudamm als Anhaltspunkt zu nehmen? Nee, da kommt der von die Stretch leider nicht hoch. Keiße. So leid es mir tut. Was wollen die denn? Haben wir Staudamm, Herr Teufel. Ich bin der schnellsten Ausweg. Oha. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, ne? Nein. Können sie ja mal zu dem GPS fahren. Aber natürlich. Ja. Haben wir auch noch Privatfahrt, ey. Ja, was meinst du, wie ich das Ding bestellt hab? Ja. Ja. Der will denn die Miro-Pack-Berats? Was will er denn dort? Der Dienstfahrt wird es erst dann, wenn Meon aussteigt. Oha. Ach, Leon ist auch da drin. Ja. Ja, der ist überhaupt leise. Der will nicht, der will nicht. Der redet doch, oder? Ja, der redet nicht oft und auch nicht viel. Das ist bei ihm normal. Ja. Die Slampe. Der hat auch schon wieder sein Türkleid an. Ja, das hat er immer an. Das kann ja gar nicht mehr ausklingen, glaub ich. Das ist bei ihm festgewachsen. Doch, das haben wir gerade ausgehabt kurze Zeit. Naja, ich muss halt wieder meinen Skalpell raushauen, ne, Leon? Schnauze. Das ist ganz schön weit weg. Das ist gar kein Problem, ich bin gut im Werfen. Treffen tue ich sowieso. Ist wieder ausgezogen. Das Schluffeltuch. Verstanden, er hat schlitznack schon gemacht, statt schon. Na, Leon. Guck mal, während er da arbeiten, die Gerichtverdiener. Ja, richtig. Ja, Leon. Wolltest du mal drüber kommen. Ähm. In mir, hm? Immer weiter vorbei. Nee. Okay, hier rennt einer. Im Regen. Immer drüber, immer drüber. Hey, lass bitte dein T-Shirt an. Warum? Was, Clay? Ist auch hier drin? Ja. Hörst du mich nicht da vorne, oder was? Doch, doch. Ich höre alle Leute sehr gut. Okay. Aber ich glaube, er hat erst die Stimme von dir, ähm, erst jetzt erkannt. Kann ich vorstellen. Oh Dante, du musst heute mal eingepackt werden, kann das sein? Du brauchst heute. Das ist nicht Mirror Park Garage, Schatz. Das ist deinem Casino. Das ist deinem Casino. Ja. Ich weiß nicht. Das ist deinem Casino. Das ist deinem Casino. Ja. Das ist deinem Casino. Ich fahre euch hinterher, okay? Okay. Okay. Ich bin der Werner und ich bin auch dabei. Okay. So kleine Klampe. Wie schnell fährt die Limousine? Äh, nicht so schnell. Wir fahren schön geruhig. Ja, die Stunde muss gut genutzt werden. So wie du. Oha. Sind die Getränke noch inklusive? Hm. Kann ich jetzt. Mein kostet 1000 Dollar. Alter. Ist der nackt? Dante, bei dem Wetter, ist das dein Ernst? Hallo. Natürlich. Ähm, okay. Hey. Ist der nackt? 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 Ich sag mal so, ne? Ich mach mal die Zentralverriegelung zu, ne? Sie sollen nicht während der Fahrt aussteigen. Das ist gefährlich. Nackt. 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 Ist der nackt? Ist der nackt? Sind sie nackt? Sind sie nackt? Gar kein Problem. Der ist Medic. Soll ich einmal hoch nach Palito fahren? Ja, mach mal so eine Suche. Fangen Sie mal nach Palito. Okay. Einmal eine schöne Rundfahrt durch die Stadt. Gerne. Dante? Ja? Also wenn ihr da so sitzt bei dem nackt, ja? Da ist das wie so, das ist dann wie, das ist wie so eine Casting Couch dann, ja? Ich bin noch gar nicht rein, ich bin noch gar nicht rein, ich bin noch gar nicht rein. Warte, das kann ich nicht ändern, warte hier, so. Ich hab grad mein T-Shirt auf den Boden geworfen. Ich hab mein T-Shirt aus dem Fahrzeug geworfen. Ich hab mein T-Shirt aus dem Fahrzeug geworfen. Jetzt ist es nass. Mein Hemd! So altidiot. Schatz, der hat sein Hemd auf die Straße geschmissen. In den Müllsack. Die flabbert noch weiter. So! Jetzt was? Hilfe, das ist wirklich so! Nicht euer Ernst! Dalfi, ich komm gleich! Oh! Nee! Ist das nicht deren Ernst? Jetzt lass dir auch noch die Tür aufstehen! Geil bitte! Hilfe, es tut mir leid! Aber für euch ist das doch gerade ne gute Einnahmequelle, oder? Weißt du, Leute, passt gleich rechts. Äh, ganz ehrlich. Machst du, die sind doch nett, oder nicht? Mhm. Nicht? Sind sie mit der Rheinlach? Ja, natürlich. Geil bitte! Geil bitte! Geil bitte! Geil bitte! Geil bitte! Schön gemäßes in den Schleppslang zurückfahren. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wieder hochkomme. Es hat sich immer noch keiner von der City gemeldet. Wegen der Hochzeit. Kannst ja sagen, eine Telefonnummer mit 570. Ja, äh, es ging um das Anwesen in Weinwood. Da wollte sich jemand mit uns Sachen anschauen. Weinberge! Dann, äh, in den Weinbergen. Dann ging's um Hochzeitskleid und Tringe. Jaaa! 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 Geil bitte! Jaaa! Geil bitte! Ich glaub es nicht! Wo ist der Teufel? Wo ist der Teufel? Wo ist der Teufel? Wo ist der Teufel? Der kommt gleich gelaufen! Oh, wow! Jaaa! Oder bei Ilva. Der hat die Nummer von Ilva. 570. 3! Oder? Jaaa! Oberkörper frei! Das sah gerade nur so aus. Oh, Mann! Aber er schmeißt denn auch sein T-Shirt bei diesem Wetter nach draußen? Ja! Pass auf! Das ist ganz einfach! Der Dante wollte mir das Tramp ausziehen. Dann hab ich das entdeckt erhalten, dann hab ich das Fenster aus und runter gemacht, rausgeworfen. Okay! Aber jetzt sind alle da! Jetzt sind alle da! Ja, ist doch einer! Oder Jan! Ah, Jan! Okay! Okay! Oh Gott! Hallo Werner! Wie geht's dir? Okay! Weißt du da irgendwie Preise oder so? Nein, ich weiß keine Preise! Also! Hahaha! Der Dante ist sehr billig! Okay, aber so in die hunderte, in die hunderttausend wird's nicht gehen, oder? Nein, guck mal! Okay, Bruder! Dann wird der Abend! Was? Hahaha! Okay, dann weiß ich Bescheid! Dann danke ich dir erstmal für die Mühe, Bruder! Und wünsch dir noch einen schönen Abend! Ciao, ciao! So! Jetzt weiß ich, warum das noch dauert, Schatz! Die City ist aktuell, die Gespräche mit dem DOJ-Amt führen. Wegen? Ich denke mal wegen Sondergenehmigungen oder irgendwas. Aber morgen oder übermorgen wird sich der Herr Schwarz, der Jan, bei uns melden und dann treffen wir uns. Gut! Das ist Lampe! Das ist gut! Er ist ein kleines Lampe! Ich wär's doch was anderes! Und wegen den Preisen? Also den Preis jetzt? Das kann Eden mir jetzt gerade nicht sagen, aber er denkt, er wird mir dann einen guten angemessenen Preis machen können. Frau Fahrerin? Ja klar, jetzt gerade in den Kofferraum reinkommen. Ist klar, Schatz! Dante, klapp mal die Rückbank kurz weg! Ich hab' gehört, sie haben da so ein Fach in der Mitte. Wenn sie das aufmachen, können sie in den Kofferraum krabbeln. Wenn ich mir Dante so angucke, ne, der guckt richtig krimmig die ganze Zeit. Guck mich nicht so an. Ja, sorry, er kann nix für sein Gesicht. Autsch! Guck mal, immerhin ist er nicht alt. Wirklich? Ey, Jungs! Was willst du denn, Mädels? Da ist eine Dame im Auto. Ich muss kurz weg, ich komme hier. Jo, Mädel, mach das! Viel Spaß, aber geh keine Korruption betreiben! So, der arbeitet ja schön. Jetzt ist eine Dienste. Alles ist Korruption! Zeiss drauf! Alles! Bei meinen Füßen. Wann zieht ihr euch dann auf? Gehne, nene, muh! Und weg bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wo der Finger drin deckt. Wow, war das schlecht. Wo der Finger drin deckt, hätt es besser gebracht. Egal. Alter, ich sehe da gerade, Dante hat richtige Falten im Gesicht. Das LED-Licht tut ihm nicht gut. Habe ich von dir geerbt, du alter Sack. Wir sind verbrannt. Dante, willst du uns was sagen? Ne, wenn ich so einen hätte, würde ich mich schon lange auf den Staudamm starten. Aber Dante hat einen riesen Zwingen im Gesicht. Verbet's er so. Das ist sowieso. Ich glaube, das Licht ist echt nicht gut. Sag mal, Ilva, sucht ihr noch Leute beim Taxi? Nein. Und sei freundlich, wer? Mhm. Was? Das Taxi wird zum Gewerbe umfunktioniert. Echt? Mhm. Warum? Tja, das möchte so der Governor. Weil der Bürgermeister das so gesagt hat. Wow. Verdienst auch gar kein Geld als Taxi-Fahrer. Nö. Dann ist das Geschäft demnächst wieder umgesetzt und keiner mit da arbeiten und dann steht das wieder da und dann wird's wieder verstaatlicht, weil keiner das macht. Genau. Das wird Schwachsinn. Mhm. Aber weißt du, was ist Glaube? Was denn? Die Bella, ne? Ja. Die fast sieht's ja nicht so gut. Ein paar Leuten. Ja. Was? Nein, mit ihr hat es ja angeblich nichts zu tun. Ich glaube aber persönlich zu tun. Sie hat angeboten, dass sie die Liederschaft abgibt. Komplett. Dass sie vom Taxi weg geht. Nein, das wäre nicht notwendig. Es würde jetzt nicht gegen sie gehen. Wurde jetzt von der City gesagt. Aber, ich sag mal so Schatz, die wollen das jetzt gewerblich machen. Mhm. Ich hab's gesehen, was mit dem ACLS passiert ist. Es geht vor die Hunde? Nein, das ACLS wurde gewerblich gemacht und wollte es keiner mehr machen. Dann hat's plötzlich gehiesen, es gibt ein Grundschreiben, wer es wieder als staatliche Fraktion übernehmen will. Mhm. Weil sie gemerkt hatten, dass es als Gewerbe nicht läuft. Vor allen Dingen als Gewerbe, weil denen wurde ja dann das Tuning weggenommen. Die durften ja nicht mehr tunen. Mhm. Mit was machst du als Gewerbe am meisten Geld? Mit Tuning. Aber das durften sie nicht mehr machen, dann war das Geld nicht mehr da. Konnte sich ACLS nicht mehr über Wasser halten. Ja, richtig. Und so wird's mit dem Taxi auch gehen. Ja. Wir müssten unsere Preise so verdammt hochschrauben, dass keiner mehr Taxi fahren wird. Frau Fahrerin. Ja. Ja, bitte. Also Ihre betrieblichen Probleme möchte ich hier während der Fahrt nicht besprechen. Ja. Du bist so ein Arsch, Werner. Ja, Werner. Wir können auch rechts ran fahren. Kannste aussteigen. Du brauchst nichts zu tun, dann hängen wir dich hinten dran. So, Werner. Du kannst jetzt anfangen zu strippen. Könnten wir aber auch mit dir machen. Ja, gar kein Problem. Ich brauche hinterher. Ja. Also ich habe auch eine Bitte an die Fahrerin, ja. Ja. Damit wir den Preis von 2500 Dollar hier auch mal ordentlich auskosten. Ich möchte bitte mit der Limosine auf den Mount Chiliad fahren, ja. Das sollte ja wohl zu diesem Preis möglich sein. Nein, tut mir leid. Dafür ist der Motor nicht ausgelegt. Selbstverständlich. Sie haben einen starken Mann an Ihrer Seite, der kann auch schieben. Ja, den starken Mann, den brauche ich aber auch noch. Wenn er nicht unbedingt heute Abend mit Rückenschmerzen im Bett liegt. Stimmt, der ist ja schon was älter. Kann das ja mal passieren, ne? Warte, was? Da hast du doch den Doktor Werner dabei. Richtig. Hör auf, der schneidet mir noch irgendwelche Gliedmasse ab, wo er denkt, ich brauche ihn nicht mehr. Ne, das macht er toll. Ja, aber das würde ich auch machen. Keine Sorge. Satt, du bringst mich nie wieder ins Krankenhaus. Egal was. Erst mal, als ich meinen Job hin, dass ich keine Kugeln mehr fangen muss. Das klingt alles gut zu dir. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass... Warte mal, ich muss die Aussage... Ich muss das Gespräch gerade mal ausnehmen. Stopp, 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 stopp. Ne, dann geht's gut, die fahren weiter. Ich glaube, die Autos wurden geklaut. Die fahren weiter. Alles gut, dann geht's gut. Das hat uns nicht zu interessieren. Wir sind gerade nur Zivilisten. Na, ich jetzt gerade nicht, aber... Trotz allem sind wir doch hier noch, ne? Mediziner. Ich helfe denen ist, von mir aus fliegen sie noch mit ihren Autos die Brücke runter. War das jetzt gerade FIB? Nein, Herr Holger? Entweder FIB oder kann halt auch die CDU vom PD sein, aber es sah aus wie FIB. Es gibt keinen... Es gibt für die normalen PD-Beamten keinen Trafter. Ja, dann ist es FIB gewesen. Das war das FIB. Ich wusste nicht, aber jetzt... Ich wusste nicht, aber jetzt... Die dürfen die Kräfte nur von der Leitungsebene ausgepackt werden. Ich wusste nicht, aber jetzt... Die kommen nur, wenn's... Die kommen nur, wenn's... Die kommen nur, wenn's richtig schlimm ist. Ja, das hab ich einmal live miterlebt. Das war sehr interessant. Ich muss jetzt eigentlich bei YouStyle anhalten und bei YouStyle nur trashigen Scheiß kaufen und dann wieder einschränken müssen und weiterfahren. Mal sollen wir uns die Tür aufhalten lassen von Ilva und so? Ja, wir können's machen. So, am Kankhaus, Meister. Ja, Kankhaus. Da ist ja wenigstens trocken. Also der Herr Mopsberg hat die Frau Donner einmal mit einer Limousine ins MD reinfahren lassen, tatsächlich. Ins MD? Ja. Ganz rein. Ganz rein. Ja. Okay. Der Mopsberg wollte einmal nachschauen, ob es wirklich so ist, dass man mit dem Auto reinfahren kann. Und dann mit einer Limo gleich. Ja. Okay. War sehr interessant. Wow. Ich rate, es hat funktioniert. Ja moin. Ja moin. Das würde sein. Das ist eine Verfolgungsjagd. Habt ihr den immer noch nicht gestoppt? Was seid denn ihr für Cops? Der hättest ja immer das früher gesehen, hättest du dich mal quer stellen sollen mit der Limo. Der wäre nicht mehr vorbei gekommen. Allerdings. Ich bin nicht schneller. Keine Cops. Die Pitten sind komplett. Und da sind niemals Cops. Das ist das FLB. Ja dann ist es halt wirklich Schmuch langsam geworden. Ähm. Weiter her, weiter her. Wo sind die denn jetzt lang? Die sind da hochgefallen. Aber guck mal Werner, es hat was für Biss. Du kannst jetzt anfangen zu squitten. Okay. Oh Gott. Das ist schon, nicht schon wieder. Ich dachte, das ist dein Lieblingslied. Für wen soll ich denn zu tun? Habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Für Clay? Was? Nein, äh. Ne, jetzt sind sie weg. Jetzt weiß ich nicht mehr wo die sind. Naja, die werden wieder auftauchen. Alles gut. Fahren wir mal über den Weinwood Boulevard. Wenn du kein Gras gibst, dann ist das ein bisschen schwierig. Ne, ich bin mal aus einer Straße einem Auto entgegen gekommen und da sind Top Autos hinterher gefahren. Gibt es so mit dem... Bisschen leiser Hase. Bisschen leiser Hase. Gibt es da nicht ausgesammelt. Fische? Mathe, ich muss... Warte. Jetzt sieht sich hier gerade aus. Ja, so ist okay. Oder hast du gerade aus? Nein. Ich hab gerade aus. Da muss ich gleich mal ein bisschen am Dings regeln. An der Soundanlage. Ich glaube, die ist gerade ein bisschen extrem eingestellt. Warte kurz. Mache ich gerade mal die Soundanlage richtig. Ein Augenblickchen. Hat die Limo eigentlich unter Bodenbeleuchtung? Nein. Tut mir leid. Ja, natürlich. Oh nein, ich hab kaum Schmerzen. Oder? Ne, doch nicht. Alles gut. Alles gut. Natürlich geht das. Nein, darf man nicht. Man darf's nicht. Ja, okay. Aber es geht gut. Es ist ein staatliches Auto noch. Noch, ja. 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 So, jetzt. Tja. Ähm. Ehm. Einen Moment. Ich hab gerade eine T... Kjell? Hallo Kjell. Hi. Ist alles klar bei dir? Ja, alles okay. Ich bin gerade mit meinem Bruder und Dante Teufel und Clay Duncan in der Limo unterwegs. Ah, okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Mhm. Gut, wenn irgendwas ist, dann ruf an. Ja. Aber natürlich. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ich hab gesagt, so wie es aussieht, gehen. Jetzt mag ich es nach Kopfschmerzen. Ja, es ist irgendwas mit dieser Soundanlage gerade los. Einen Moment. Oh. Ja, er hat Kopfschmerzen. Wer hatte Kopfschmerzen? Hilfe hört irgendwie nicht zu, hatte ich das Gefühl. Ja, die Soundanlage ist irgendwie gerade im Arsch. Moment. Muss doch nochmal was einstellen. Momentchen. So. Jetzt. Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Ich fahr mal ein bisschen zurück. Was können wir morgen vernünftig? So. Was können wir morgen vernünftig? Was können wir morgen vernünftig? Vernünftig? Ich fahr nur ein bisschen zurück. Ist nicht dein Ernst. Ach, Dante. Ich würde ja jetzt gerne anstoßen. Auf uns beide. Aber. Wollt ihr was trinken? Ist so ein Trauerkloß heute, ne? Hm? Wollt ihr was trinken? Ne, ich will es kurz essen essen. Ne, danke. Wie? Der macht das aber sauber. Wie? Der macht das aber sauber. Ja. Ach ja. Und dir geht es wieder besser im MD? Definitiv. Gott sei Dank. Ah, da ist er ja. So, dann werden wir glaube ich wieder alle da, ne? Ja. Ich habe meinen alten Posten wieder. Cool. Hm. Weißt du was? Mhm. Ich gehe jetzt schlafen. Was? Und die Limousine ist dann finanziert für die beiden, ja? Wow, vorsichtig. Weiß ich. Wann hast du uns abgeholt, Ilva? Ähm, von einer knappen halben Stunde circa? Naja, eine Viertelstunde ungefähr. Wo soll ich dich denn hinbringen? Äh, zum MD. Okay. Reichen die Tausend? Das ist mehr als genug. Also 2,5 kostet das in der Stunde. Ja, dann haben die noch eine zweite Stunde, können die sich noch ein bisschen rumkutschieren lassen. Ich werde aber auch bald ins Bett, bin ich ganz ehrlich. Der Tag war heute echt im Arsch. Ja, glaube ich. Alles gut. Wir können die Fahrt auch am MD bei, da sind ja und sofort. Ja. Okay, dann bringe ich euch mal zum MD. Das ist kein Problem, das klau die Limous. Jungs, das Fahr ist noch rum. Du. Was machen, ey. Aber Pablo, dann fahren wir zusammen in den Keller und dann haben wir auch Spaß. Oh, geil. Aha, du willst mit mir nichts in den Keller. Ja, du hast die gefesselten Hände, ich nicht. Und du weißt bei welcher Familie jetzt davor war, bevor ich krop geworden bin, oder? Das ist mir egal, Pablo. Das glaube es mir. Dieses leichte Grinsen im Hintergrund. Ach, guck mal, da vorne. Ich glaube, wir haben die Leute gefunden. Mhm. Mhm. Weil dann sag jetzt einfach mal zu dir Sayonara, Arigato. Bei welcher Familie warst du denn vorher? Überleg mal, was ich gerade gesagt habe. Sayonara, Arigato. Ich bin dumm. Das war bei der Yakuza. Ach so, scheiße. Parcel, ja. Gehen nach vorne. Boah. Jetzt gucken wir mal. Das war aber eine schöne Fahrt, hat echt Spaß gemacht. Guck mal, da stehen schon wieder die Blitze. Die Blitzeanlagen funktionieren momentan nicht. Man merkt halt einfach, neuer Leute sind im Staat. Mhm. No Parking, weißt du? Der nur bist Zeit oder was? Ei, Jungs, das könnt ihr nicht lesen? Kann ich nicht, das ist nicht mein Sprache, amigo. Ja, da ist noch ein paar Schläge. Warum hältst du denn hier? Komm, wir fahren, komm. Hast du eine Rechnung? Dann machst du 5.000. Okay, mache ich. Oh, meine Güte. Hey, Mann, Mann, Mann. Hast du gehört? Ist das der Präsident oder was? Ich danke dir. El Presidente. Ein Film. Mach's gut. Ich will auch nicht, bevor es geschmiert ist. Danke, dass du abgewischt hast. Jetzt hast du einen nassen Popo. Ja, und ihren braunen Kackstreifen. Bäh. Oh, Sauhund. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. So was Freches kommt hier, weißt du? Warte mal, noch nicht mal einen Tag da und schon so frech. Ja, das sollen sie mal bei den Richtigen machen. Mhm. Gucken, ob sie dann immer noch lange frech sind. Mhm. Schatz, das ist schon wieder spät. Schon wieder gleich halb zwölf. Mhm. Mhm. Also halb eins kann man eigentlich sagen, ne? Mhm. Ja, stimmt. Also der meldet sich jetzt entweder bei mir dann, Schatz, oder bei dir. Okay. Das war jetzt das Einzige, was ich machen konnte. Das ist auch in Ordnung. Wen hattest du denn jetzt gerade an der Schatz? Ach so, Aiden. Aiden? Mhm. Der Herr Douglas. Ah. Was ist da los? Ach, Kjell hatte mich angerufen. Ach, das Taxi wurde geliefert. Ach so. Dann kann ich das jetzt noch einparken. Dann ist das gut. So. Nein, tschüss. Hm. Schließ mal auf. Warte. Ich will was machen. Warte. Ich muss erst mal eintragen. Ach so. Ach so. Dann. Limo. Und. 2000. Ähm. Und dann. Dienstblatt. Stretch. Was ist? Der Tank ist okay. 401. Sack. Vorsicht. Ich mach auf. Warte. Oh. Jetzt wollen wir die Tür aufhalten. Oh. Ach Schatz. Hey. Warte mal. Hallo. Wo? Ein Wunderschön. Grüße. Wie kann man Ihnen helfen, der Herr? Äh. Ich würde gerne einen Führerschein machen, aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Das hier ist das Los Santos Taxi. Warten Sie mal. Öffnen Sie mal Ihre Klappkarte. Ja. Das steht auch hier oben drauf, ne? Ähm. Auf Ihrer Klappkarte ist ein Lenkrad. Ah ja. Und dort ist das DMV. Dort müssen Sie hin, um den Führerschein zu machen. Das ist das Department of Mobber Vehicles. Genau. Und hier oben steht auch dick und fett Los Santos Taxi. Ja. Ja. Das hier ist nämlich der Taxi. Genau. Okay. Super. Dankeschön. Gerne. Gar kein Problem. Nicht dafür. Schönen Abend noch. Schatz. Lass mich. Du kannst deinen Finger wieder runter tun. Versuch nicht an dem Auto was zu machen, dann buchst du dich direkt um. Nein. Neu eingereiste. Wenn man die Klappkarte lesen kann, dann ist man klar im Vorteil. Weißt du was das lustige ist? Der ist gerade hier mit einem Auto angefahren. Mhm. Schon klar. So. Das ist... Oh. Das Taxi ist halb leer. Halb? Fast leer ist. Das ist das hier. Ist es wieder okay? Okay. Guck. Der fährt mit dem Auto jetzt weg. Macht sich schon strafbar, ne? So. Halb voll noch. So. Ungefähr. So. Passt. So. Dann ist das wieder da. Komm schon. Ich wollte mich jetzt nicht in der Nässe noch umziehen. Weißt du, wie ich das jetzt immer mache? Ich nehme meine Klamotten einfach jetzt immer mit. Ist mir egal. Hm. So. So. Tschüss Wiesler. Tschüss Wiesler. Ich hab heute Mama ne Bewerbung geschrieben. Ich weiß. Hat sie mir erzählt? Hat sie dir... Hat sie dir gesagt, dass ich da rein geschrieben hab? Nein. Ich hab da rein geschrieben. Ich müsste mich hier bewerben, weil du meine Mama bist und meine Frau bei dir arbeitet. So. Nach Hause gehen? Ja. Oha. Oh Mann. Hey, weißt du was? Was komisch ist? Manche neu eingereiste bekommen einen Roller und manche bekommen irgendwie ein Fahrrad. Mhm. Das stimmt. Ich hab damals auch ein Fahrrad bekommen. Als wenn man irgendwie würfelt oder so. Oh, der hat einen Roller verdient. Der hat ein Fahrrad verdient. Obwohl bei dem Wetter ist beides gerade so optimal. Weiß ich mal. Boah. Alter. Der ist da anheblich. Okay. So, ich schließe, hab abgeschlossen. Rauschen? Okay. Raus aus den Sachen. Ja, gut. Schatz, wir machen uns jetzt die ganze Wohnung nass. Mhm. Ja, gut. Ja, gut. Und ich... Nee, das andere lasse ich. So, die Schuhe werden auch nochmal gute, wenn ich die ausziehe. Und die kommen auch hier in den Rucksack rein. Ich hatte sogar noch einen Wanderrucks. Ja, ich bin einer der Sinopro geworden. Wow. Guck mal nebenbei das. Ich sehe schon. Selbst mit dem Mantel. Ich hatte den noch irgendwo in schwarz, aber er muss unten im Keller sein. Egal, wo der jetzt ist. Hat der sich jetzt überhaupt nochmal gemeldet? Hm? Hat der jetzt überhaupt nochmal sich gemeldet? Hm, hm. Ja, du hast gesagt, wer was ist, bin ich älter. Dumm. Dann könnte ich ihn anrufen. Okay. Ja. Ich habe überhielt das. Das war Kjell. Nee, nee, ich meine die andere Nummer. Ach so, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal. Wird sich schon melden. Am Schluss will er das verführen. Nicht verführen. Soll er mal versuchen. Ehrlich? Soll er mal versuchen. Es gibt nur einen Mann, der das hinkriegt. Mhm, das stimmt. Es gibt nur einen Mann, der das hinkriegt. Wird sich auch mal für mich. Ja, es gibt nur einen Mann, der das hinkriegt. Mh, das ist ein Mann, der das hinkriegt. Ja, ich warte. Das war mal.